Hey, diese Ausgabe des KAPI-Podcasts wird dir präsentiert von Sonic Sports, euer Top-Tecke-Lieferant zu fairen Preisen. www.sonicsports.com Ein herzliches Willkommen zum KAPI-Podcast. Maurice Kaulbach, Marian Sura und Peter Schwedus nehmt euch mit bei ihrem ganz persönlichen Trash-Talk aus der Szene. Euch erwarten aktuelle Themen, Produkte, Tipps und vieles mehr. Wer jedes Wort auf die Goldwaage legt und kein Niveaulimbo tanzen kann, der ist hier falsch. Das Ganze ist nicht immer bitter ernst, dafür mit viel Leidenschaft und einer großen Portion Humor. Stellt euch ganz einfach vor, ihr sitzt mit den Dreien zusammen beim Angeln, lehnt euch zurück, öffnet ein Bierchen und hört den Dreien zu. Und jetzt, Mikro frei für die drei KAPI-Themen. Ein herzliches Willkommen zum KAPI-Podcast. Mein Name ist Maurice Kaulbach. Mein Name ist Marian Sura. Und mein Name ist Peter Schwedus. Hey Boys! Hey Boys! Folge 63! Hartelig, welcome, hä? Guess who's back? Hartelig, welcome. Geil. Es fehlt nur noch, dass ich dir so ein bisschen am Oberarm klammer, weißt du? Wie der Lampes das immer macht. Hä, Bude. Ja, und rupfen, rupfen, rupfen. Ah, 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 ah. Ja, es ist, ach Gott, so gerne ich denn habe, dieses immer am Oberarm packen, wenn der mit einem redet. Geil. Lampes, wir lieben dich. Also ich glaube, jetzt 95% der Zuhörer denken so, hä? Was labern die? Hä? Deswegen, also, die Sprache, die ihr versteht, ist Prost. Cheers. 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 So, guck mal. Rosé. Ich sehe Rosé im Hause Kaulbach. Ich habe das mal heute mal extra voll gemacht. Okay, ist es Cranberry-Saft, oder was? Nö, nö, nö. Ist schon Rosé. Was trinkst du da? Champagner? Gift. 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 Alter, der hat ein Gift. Schön. Schönes Mixery-Energy. Tein Aula. Ich habe auch noch eins hier. So ist es nicht. Guck mal, ich habe immer noch die Reste, Camaro, immer noch die Reste vom Vormonat. Also, Prost auf die 63. Folge. Eine, wie können wir es schon jetzt vorab nennen? Ein bisschen Messe-Special, ne? Es wird mäßig. Es wird mäßig. Es wird mäßig. Es wird mäßig. Messe mäßig. Mäßig, sagt man in Frankfurt. Mäßig. Schön, Messe mäßig. Mäßig. Ja, komm, Jungs. Cheers nochmal hier auf die 63. Folge. Auf uns, auf euch, auf alle, die da oben, die da unten und links und rechts. Ich höre euch alle lieb. Ja. Jawohl, ja. Liebe geht raus. Ja, und alle, die das jetzt noch hören, vor, nächste Woche vor Wallau, eins können wir auf jeden Fall schon mal sagen. Wir freuen uns auf euch. Aber sowas von. Junge, diese Worte waren so emotional geladen. Die sind ja praktisch, das war ja praktisch ein Vulkanausbruch der Gefühle, Herr Sura, oder? Wir freuen uns. Ich freue mich. Also, liebe Zuhörer, jeden Tag schreibt er hier WhatsApp, noch zwölfmal schlafen, noch vierzehnmal schlafen und so. Wie so ein kleiner Junge, ey. Ich glaube, wir machen dem Mario nächstes Jahr so einen Wallau-Kalender, den er dann so einen Monat vorher. So einen zum Abreißen. Ja, ja, oder auch wo was drin ist, so wie so ein Adventskalender mäßig, aber auch nur für Wallau. Ja, auch geil. Ihr müsst auf jeden Fall mal gucken, liebe Zuhörer, ein paar kleine Vorab-Informationen und Backstage-Infos bekommt ihr jetzt auf unserem eigenen Kapi-Kanal bei WhatsApp. Wir haben dazu eine News fertig gemacht, bei uns auf der Homepage. und ja, haben so, wir haben im Endeffekt diese Kanäle, wir haben das jetzt mal ausprobiert, ist so ein bisschen wie so eine WhatsApp-Gruppe, nur mit dem Vorteil, dass nur wir schreiben können. Kann keiner antworten. Kann keiner antworten. Wir können beleidigen und keiner kann was sagen. Richtig, genau. Aber wir stellen da halt einfach so zwischendurch mal so ein paar Hintergrund-Infos, ein paar Vorab-Informationen, mal so ein bisschen Bildmaterial, was sonst nicht unbedingt so nach außen denn getragen wird. Also wer Bock hat... Werden sollte. Genau. Kommt gerne in unseren Kanal herein. Genau, das heißt auch, deshalb heißt der ganze Okapi-Backstage. Wenn ihr auch nicht schreiben könnt, ihr könnt reagieren auf die Bilder, so mit Emojis, Daumen hoch, Daumen runter. Weil natürlich, das sind jetzt schon fast tausend Leute in der Gruppe, wenn da jeder schreiben kann, das ist ja ein heilloses Durcheinander. Deshalb ist ja, wie gesagt, keine Gruppe, sondern so ein Kanal. Und der Marian hat gerade gesagt, die News ist auf der Homepage, da findet ihr auch den Link zu diesem Kanal. Jawohl. Genau. Schön. Also kommt ran. Kommt ran. Kommt ran hier. Was geht's an uns? Apropos Kanal, Marian. Auf dem Fisch-und-Fang-Kanal ist jetzt unser Film, den wir im Sommer gedreht haben, wo du morgens um halb sechs eingepackt hast. Ja, weil ich die Nacht, die Nacht am Tag zuvor einfach noch nicht mental verkrachtet habe, weil ich da ja einen kurzen Nervenzusammenbruch hatte. Ich komm mir nicht raus. Ich komm mir nicht raus. Das hat, jetzt war ohne Scheiß, ich hab ja mit Arndt noch ein bisschen hin und her geschrieben, der sagt, hey der Cutter, der kriegt das nicht richtig hin. Ich will das unbedingt da drin haben, wie der da im Gebüsch hängt und voll am Ausflippen ist, aber der kriegt das nicht hin. Das ist irgendwie nicht so richtig verständlich. Man hört immer nur so, geschreit, das hört sich aber eher an wie von so einem kleinen Kind. Da sagt er, ey, da müssten wir nochmal das nochmal filtern oder irgendwie nochmal was nachstellen. Da hab ich auch gesagt, komm, dann lass es raus, ey. Ich mein, die Erinnerung bleibt uns. Nein, ich bin völlig durchgedreht. Das war auch, das war mein erster Biss, ne, Schwedis. Und das... Keine Ahnung, da hatte ich schon so viele Bisse, da hab ich immer drauf geachtet. Ich bin mir wirklich ziemlich sicher, dass da mein erster Biss war und ich war einfach so nervös, weil ich einfach wusste, den darf ich nicht verlieren. Wenn ich den jetzt verliere und da an dieser Uferböschung hochkomme und in dieses Gesicht schaue, da kann ich mir dann noch die nächsten 30 Jahre anhören. Und umso angespannter war ich. Aber die Situation war auch einfach nur ein absolutes Horrorszenario. Aber ich hab es ja dann trotzdem noch geschissen bekommen. Und ja, ist auf jeden Fall, glaube ich, ein ganz ansehnlicher Film geworden. Und wer Bock drauf hat, den findet ihr auf dem Videokanal von der Fisch und Fang. Peray Go heißt das, glaube ich, oder? Peray Go.de. Jawohl. Der ist auch erstmal nur dort online. Den wird es aber wohl auch irgendwie zeitnah noch bei YouTube geben. Wenn er bei YouTube ist, werden wir ihn auch nochmal posten. Flussangeln in Deutschland, am kleinen Fluss, im Hochsommer, bei 100 Milliarden Grad. 100 Milliarden Grad. Aber, und du hast ja auch eine Szene, also ich glaube, das ist der Film mit den meisten Live-Runs, mit den meisten echten Live-Runs, oder? Das war geil. Und den Schlitzer. Ja, ja. Und der erste, den ich schlitze, den hat ja Marian Sura wirklich ausgekostet, auch schon bei Instagram und auch in der Backstage-Gruppe, wie dieser Fisch ausschlitzt. Naja gut, man muss aber auch wirklich sagen, und das ist wirklich, was mich extrem, wirklich extrem an dem Feedback der Zuschauer jetzt so erfreut, ist die Tatsache, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Nachrichten wir bekommen haben über wirklich sämtliche Kanäle, wo die Leute schreiben, ey, ich verstehe jetzt, warum der Schwedis Nicole Schlitzinger heißt und so viele Fische Schlitz, der drillt ja wirklich hässlich, wie der die Rute schon hochnimmt. Der sieht ja aus wie ein T-Rex, der hat ja gar keine Arme, Alter. Ich fand das geilste, eins der geilste Dinger fand ich in diesem Video mit der Jurassic-Park-Szene dann mit der Jurassic-Park-Musik und dann der Schwedis, aber das war schon gut. Die kenne ich doch gar nicht. Habe ich bei uns in die Gruppe geschickt, aber da geht ja auch manchmal so viel Zeug rein, dass das untergehen kann. Musst du mal gucken, ist sehr unterhaltsam. Ja, habe ich auch nicht gesehen, ey. Und da sehen die Hörer mal wieder, wir sprechen hier die Wahrheit, wenn wir sagen, der Peter Schwedis drillt hässlich, dann denken wir uns das nicht auch. Das ist so. Wie der auch anschlägt. Geil. Aber effektiv. Hat der überhaupt anschlägt. Aber effektiv. Aber ich meine. Ich glaube, wenn du dich anschlagen würdest, würdest du die Fische nicht verlieren. Die sind ja schon gehakt. Dann haust du dir nochmal den Haken da. Ist doch. Ach, du hast ja überhaupt keine Ahnung, ey. Du fängst ja eh nix. Also, aber ich habe auf jeden Fall mindestens mal vier oder fünfmal so viel gefangen wie du, als du. Ich spüre mir die Kante an. Was hast du? Ich habe ein paar mehr Fische gefangen als du. Ne, wir hatten, du hattest, lass mich kurz überlegen, ich habe einen verloren, ich hatte vier Runs und drei Fische und du hattest fünf Runs und vier Fische. Ne, 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 ne. Ich hatte ein paar mehr. Ne, wir hatten neun. Und du hast, glaube ich, zwei noch geschlitzt. Ich meine, wir hatten elf Bisse und neun Fische. Naja. Auf jeden Fall mehr als du. Ja. Ja, ja. In die größeren. Du hast ja nur so Gummern gefangen. So rein mathematisch hat der Peter da wahrscheinlich dann schon recht. Guck mal, wie er wieder oben, was er haben will. Gefangen, gefangen ist gefangen. Aber wir haben es gehangen, oder? Jetzt muss man aber jetzt mal ernsthaft. Wir haben wirklich, wir haben gut gefangen. Wir haben mehr gefangen, als wir gedacht haben. Und? Ja. Ich will mich auch nochmal wiederholen. Ich habe damals schon in dem Podcast, wo ihr da wart, ich weiß noch, wir waren abends sogar noch live zusammengeschaltet, weil ich auch angeln war. Da sind wir noch live gegangen auf Instagram, wo ihr da am Angeln wart, am Flüsschen. Wo man noch Eis gebracht bekommen hat. Genau, da hat Abend noch Eis gebracht. Und da habe ich ja danach in dem Podcast dann auch nochmal gesagt, Hut ab, halt das an so einem Fluss da zu machen. Also du hättest ja so einen Shurshot machen können an irgendeinem See, wo du weißt, ja komm, wenn du da ein paar Tage fütterst, da wird schon irgendwas beißen. Ja, muss man sich auch erst mal trauen. Wenn du sagst, dass du ein Fangkamera-Team kommt und Peter, jetzt hör auf mit deinem, ja, ich bin hier der, du hast auch mit Glück wie Verstand, du bist ein schlechter Angler mit guten Gewässern, da wissen wir mittlerweile alle. Schlechter Angler mit viel Glück. Ja, gut, Glück braucht man auch. Und ich meine, das weiß der Sura Marian, weißt du, deswegen hängt er sich immer an meinen Rattenschwanz hinten dran, weißt du. Deswegen ist er immer Windschatten, ne? Nächster Kollege. Guck mal alle Filme, die wir zwei produziert haben, dann zählt sie mal zusammen, auch die Gewichte. Und dann sprechen wir nochmal. Ja, ja, okay, okay, okay. Können wir gerne machen. Ja. Soll ich mal so das? Wer hat sich mal um die Gewässer gekümmert? Naja, und? Fox. Fox. Ja, komm, jetzt geht's unter die Gottelinie. Also. Ja, zieht euch das rein auf den Fischofang-Kanal, ich hab's mir auch angeguckt und ich hab mir sogar die Mühe gemacht, das dann den Laptop mit so einem Kabel mit meinem Fernseher zu verbinden, mit so einem HDMI-Kabel und dann das schön groß auf dem Fernseher zu gucken, damit ich euer Beideranglitz da in vollem, in vollem Umfang genießen kann und sehe, wie der Peter Schwede sitzt immer gerade selber da so schön mit seinen T-Rex-Armen da. Super. Ne, ist unterhaltsam. Naja, also wenigstens bin ich nicht barfuß in der Brombehecke rumgelaufen, hab abends dann rumgeheult, dass ihm die Füße wehtun und lauter Dornen in den Füßen waren. Ja, der ist einfach trottelig, echt, meine Güte, meine Güte. Ich hab dich rumgeheult, Alter, mir macht halt nix. Jetzt komm mal runter, ich kann nicht runter, ich hab keine Schuhe dabei. Alter, der ist sehr barfuß in der Brombehecke, kann nicht runter, kann mir nix helfen, weil er einfach, ja geht nicht, ich, geht nicht, keine Füße, keine Schuhe. Mario, am besten, du bist ein bisschen früher geboren, du wärst auch in Berlin in so einer Kommune so, ne, damals so in den 70ern so, ne, freie Liebe, bis nach SD. Ja, sauber, nur barfuß, super. Beidseitig befahrbar. Wir haben uns alle lieb. Ja, 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 komm hier, wir sind ein Angelpodcast hier und kein Regenbogenpodcast. Also, da wir bei einem Angelpodcast sind, will ich dann auch direkt mal unsere Reichweite hier aus privaten Gründen nutzen, in reinem Eigennutzen. Du willst die Sportfischerprüfung machen, brauchst du mal, der dir beim Lernen hilft? Ja, ich bräuchte eigentlich einen, der sich alles für mich ausgibt und dann diese Prüfung macht, ja. Ah, okay. Frag nicht den Marian. Nee, besser nicht. Und zwar geht's um Folgendes. Ich war ja, wie ich euch mal hier vor ein paar Folgen erzählt habe, diesen Sommer mit der Family in diesem Centerpark am Bostalsee, wo wir so ein bisschen Raupfisch geangelt haben und so. Und dann hab ich ja damals bei Instagram gefragt, ob einer sich an dem See ein bisschen auskennt und dann haben mir halt relativ viele Leute geschrieben und einige haben mir dann auch so Centerparks in Holland empfohlen, wo du wirklich direkt aus der Ferienwohnung angeln kannst. Also wirklich direkt am Wasser. Dein Garten, Steg, See. Einer hat mir dann so einen Centerpark auch geschickt in Holland. Ich dachte, Blüro ist halt bei Instagram, du kannst diese Nachrichten ja nicht mehr nach Schlagwörtern oder so filtern wie eine E-Mail oder so. Du findest es ja dann irgendwann nicht mehr. Derjenige möge sich bitte nochmal bei mir melden, wenn er sich ja gerade wieder erkennt. Und dann hab ich ein bisschen recherchiert und hab dann so Beiträge gefunden von Leuten, die sagten, ja, ich hab da nur Brassen gefangen und so. Das ist dann auch eher was für ein Marian. Aber Maui, jetzt wo du das gerade sagst, ich meine mich zu erinnern, dass der Mario Giebels, der Belgier, der hat glaube ich irgendwo mal einen Artikel veröffentlicht über so Family-Urlaub in irgendeinem Centerpark. Ja, ich will halt einfach nur, also ich hab halt auch andere Bilder von Centerparks in Holland gefunden, in so einem holländischen Forum. Ich muss das auch alles mal durch ein Translator-Ballermann, wenn ich mal ein bisschen Zeit habe und ich mach mir auch die Arbeit, aber ich will mir jetzt auch mal ein bisschen hier unser Schwarm, der ganzen Hörer zunutze machen. Weil ich glaube, ich muss da jetzt keine Riesen fangen, aber vielleicht, wenn irgendeiner sagt, ey, da ist so ein Centerpark. Aber so bis 35 Kilo wäre schon cool, ne? Ja, genau, genau. Campingplatz, Campingplatz, eh, Veronika 2.0, Alter. So eine holländische Veronika. Und Dr. Müller. Ja, Dr. Müller. Nee, ich wünsche einfach gerne mit der Family, weil mein Schwager ist ja mittlerweile auch im Angelfieber, wenn irgendeiner einen Centerpark kennt im schönen Holland, wo er sagt, ey, da kannst du vielleicht auch mal jetzt nicht nur, sagen wir mal, Zehnfunder fangen oder so, ne? Da müssen keine Riesenfische sein. Ich will aber, was halt ganz wichtig ist, wirklich aus dem Garten raus angeln. Also nicht, dass du sagst hier, du musst da noch irgendwie einen halben Kilometer laufen. Ich will direkt aus dem Garten raus angeln. Und wenn irgendeiner einen Tipp hat, der möge sich bitte bei mir melden. Ich werde das natürlich wie immer seriös behandeln, ne? Also ich werde da jetzt nicht an die große Glocke hängen, wo das ist, wenn das irgendeiner ein bisschen an der Cover halten möchte. Der möge sich bitte bei mir melden, irgendwie über Instagram, Maurice Kaulber Fishing oder über Facebook. Oder direkt auf der Messe. Gerne auf der Messe. Und wer keine Social Media hat, Maurice at Karpi-Online.de, würde mir echt einen großen Gefallen tun, wenn da irgendeiner mir was sagen könnte, dass ich mit meiner Family, mit meiner Schwester, mit meinem Neffen, meinem Schwager da irgendwie in den Sommerferien mal ein paar schöne Tage verbringen kann. Und dann immer, wenn du im Haus bist, direkt Routen rauswerfen und dann erst an den Kühlschrank gehen. So ist der Plan. Rute raus, der Spaß beginnt. Genau. Ja, wo du das gerade sagst. Ich gucke das ja gerne. Rute raus, der Spaß beginnt. Mit Rocco Sefredi. Dass ich ein paar Tage in Holland sind, Zander angeln. Das sind so meine zwei Lieblingsfolgen. Also, wenn ich das mal reinziehen will, die zwei Folgen sind absolut geil. Wer da irgendwas weiß, meldet sich bitte bei mir. Danke. Und ihr würdet den Maurice, würdet ihr wirklich glücklich machen. Das stimmt. Ja. Was geht denn eigentlich? Ich hab von Braun zu neun Mittagssicht gesehen, ne? Hat er sich ja so köstlichst über dich ausgelassen, über das halbwegs aufblasbare Tarnetz, was du dem da gegeben hast, was irgendwie aussah wie eine Piratenflagge. Das ist auch kein Tarnetz. Was ist denn mit deinen Mäusen, Alter? Hast du das halbwegs im Griff? Nee. Ey, ohne Scheiß, also ey Mäuse, ich weiß auch nicht. Also ich hab das ja mit den, also erstmal Fallen aufgestellt, die gehen nicht in diese fucking Fallen rein, ne? Also ich krieg sie nicht mehr mit den Fallen. Ich weiß nicht warum. Also es sind doch wirklich, ich hab jetzt drei verschiedene Sorten von Fallen, ne? Also ganz alte, klassische, dann so aus Plastik und dann eine weiß, wo so Zackenzähne dran sind, die wirklich ganz leicht auslösen. Die gehen nicht mehr da rein. Ich krieg keine. Ja, die sind satt. Die haben genug Bunker irgendwo. Mein Tipp mit der Schokolade... Die fressen aber den Käse und die Schokolade da raus. Sie ist weg. Ja, warum was sagen? Weil den Tipp mit der Schokolade hast du berücksichtigt gehabt, ne? Ja, 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 ja. Die haben sich bestimmt irgendwo eine Ködernadel von dir gezockt, Alter, und schieben das immer so vorsichtig da so runter, so zack, mit der Nadel, zack. Das sind mittlerweile wie so hart überangelte englische Karpfen, so ne? Ja, 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 die selektieren das. Also, du brauchst einen Magic Trick, Alter. Also das mit den Grillanzündern, pfff, ist ja schwer zu sagen, ne? Also ich glaube vielleicht... Auf jeden Fall hab ich, ich hab mich jetzt entschieden, also ich werd jetzt den Mäusegenozid mitmachen und ich hab jetzt Rattengifte ausgelegt. Es ist wirklich nicht mehr anders handelbar. Ich krieg's dir nicht mehr weg, die Viecher, ey. Und die fressen das Zeug wie verrückt. Die haben eine ganze Packung, haben die. Ich hab erst, weißt du, das sind ja so komische Tütchen, so Papiertütchen, so blaues Zeug drin. Leg's halt überall hin, hab ich sehen, alles leer gefressen und hab das dann oben in den Schrank gestellt. Und da haben die sich in diese Tüte reingefressen, haben innen drin das Rattengift noch weggefressen. Das scheint denen zu schmecken. Mmh, lecker, lecker. Ey, wie verrückt. Die sind wie verrückt. Die sind, ey, und scheiß. Aber dann hab ich noch einen Tipp bekommen von einem, also vielen Dank, also den Namen hab ich natürlich wieder vergessen. Das ist, ich hab das gleiche Problem wie du bei Instagram. Ich kann das, ich hab eben probiert, das zu suchen. Weg. Der hat gesagt, wenn du das Problem hast, dass sie in die Falle reingehen und die schnappt zu und da ist keine drin, Alter, dann nimm einfach Kleber, weißt du, kleb einfach das Zeug an der Falle fest, damit die das nicht wegkriegen. Also jetzt hier so Körner oder ein Beulie oder so, ne? Dass sie da richtig dran rumreißen und dass sie dann zuklappt. Ja, das macht Sinn. Und das ist, das ist wirklich eine gute Idee, ey. Ich hab jetzt gerade gedacht, du willst jetzt da diese lebend Klebefallen auslegen, wo die quasi drauf treten und nicht mehr wegkommen und dann elendig verrecken. Ja, gibt's auch. Das ist quasi diese, auch, hab ich doch mal erzählt. Mein Vater oder irgendwas war doch, oder? Ja, mein Vater, mein Vater hatte die doch im Schuppen und der Hund kam auf einmal mit dieser Pappe im Gesicht und mit der Pfote da dran. Achso, stimmt. Ja, ja. Das hab ich jetzt gedacht, willst du machen, weil das ist asozial, Alter. Achso, war das die Geschichte, wo du die am Hinterkopf hattest? Genau. Genau. Und seitdem, wie hat da auch einer kommentiert unter dem Posting, ob ich mit meiner Glatze eigentlich jemals eine Glückssträhne hatte. Ja, Arsch. Achso, na gut. Na komm, du bist schon lucky, mehen. Ja. Also, wie gesagt, also ich, es geht jetzt nicht anders, ich muss, da muss jetzt harte Geschütze, ich muss irgendwie der Lage Herr werden, ich hab auch keine Ahnung, also, ich hab's immer teilweise gesehen, letztes Jahr, ne, und dann hab ich ja wirklich, also jeden Tag drei, vier Stück in der Falle gehabt und dieses, diese Saison hab ich eine einzige gehabt und also bis letztes Jahr November hatte ich, glaub ich, schon 30 oder so gefangen, ne, in den Mäusefallen. Jetzt nichts, die gehen nicht rein, die Drecksviecher. Clevere Mäuse. Ich hasse Mäuse, ey. Sollen wir vielleicht mal ein paar von den Kapikätzchen mal da mal hinschicken? Aussenzen. Soll ich mal ein paar Kapikätzchen vorbeibringen? Dann setzen wir die da auch. Ah, lass mal, ja, das ist ein bisschen unangenehm, weißt du, wenn die immer die Köpfe abbeißen und die dir das vor's Bett legen. Guck mal hier, ein Geschenk für dich. Ich werd von dem Schnurren immer wach. Die schnurren aber auch süß, ne? Da muss man schon sagen. Aber jetzt, wo du das gerade angesprochen hast, hier mit so Problemen, was Viecher angeht, habt ihr zufällig in den letzten Tagen beim Beautycarps gesehen, den Bericht, den er gepostet hat, wo er gefilmt wurde beim Abfischen einem seiner Karpfenteiche und die Problematik mit den Ottern, die der hat. Ist das online? Das ist online, ja. Der hat mich nämlich, wir hatten nämlich kurz drüber gesprochen, der hat ja mir davon erzählt, dass es ZDF oder was, oder irgend so ein GZ-Müll ist doch da zu dem hingekommen, ne? Ja, ja. Und das ist ein Thema, das ist so krass, wenn man das noch nicht gehört hat und sich da eigentlich ja auch so gar keine Gedanken drüber macht, aber vor was für einer Riesenproblematik unsere, ich sag mal, Teichwirtschafter im Moment stehen oder in den letzten Jahren stehen aufgrund der Otter-Population in Deutschland und Kormorane. Der Beautycarps, der hat erzählt in einem Video, dass der vor zwei Jahren in einem Teich 40.000 Karpfen ausgesetzt hat. Brut. Lässt die dann zwei Jahre dort und fischt die ab. Was schätzt ihr, wie viele von diesen 40.000 nach den zwei Jahren abgefischt wurden und noch überlebt haben? Schwierig, also ich weiß, boah, also so aus dem Bauch raus würde ich vielleicht sagen, so die Hälfte wäre schon hart. Nein, da sind doch keine 20.000 Karpfen drin, wie groß ist denn der See? 40.000 Brut-Babys eingesetzt. Ah, ich würde sagen, noch nicht mal 10%. Meinst du, so viel kommt da weg? Also Marion, das wäre noch nicht mal 4.000. Alter. Ach, du meinst 10% kommen weg? Ich dachte, du meinst 10% bleiben übrig. Ja, ja, noch nicht mal. Noch nicht mal. Ich würde eher, ich würde sagen, unter 5%. Was jetzt? Kommen weg oder bleiben übrig? Nein, bleiben übrig. Ach so. Bleiben übrig. Marian, erleuchte uns und die Hörer. Also ich sage nicht mehr, also ich sage knappe 2.000. Maui. Ja, ich sag mal, du, wenn du es schon so sagst, dann muss es ja viel sein. Ich würde sagen, die Hälfte würde ich sagen vielleicht. Ein bisschen mehr wie die Hälfte. So wäre jetzt so mein Bauchgefühl. Allerdings kann natürlich so ein Kamburan, okay, bitte. Knapp 500 Fische haben überlebt. Ach, Alter, krass. Da reden wir von einem Schaden. Was sagt der denn, was normal ist? Also ich, für mich war das jetzt einfach nur so ein Bauchgefühl. Kannst du, kannst du, glaube ich, so gar nicht mehr mittlerweile sagen. Er sagt auf jeden Fall, da redet man von einem Schaden von fast 60.000 Euro. Boah, wie mies. Durch Otter und Kormoran. Kormoran, oder? Und ist dann halt einfach unter Naturschutz gestellt worden. Und die dürfen wohl 30 oder so Tiere im Jahr dürfen wohl halt gejagd, geschossen, was auch immer werden. Man schätzt aber, dass es roundabout 650 Tiere da noch gibt. Aber die Dunkelziffer ist wohl viel höher. Und es gibt wohl Länder, beispielsweise Tschechien, da ist es so. Und Österreich, da werden die Teichwirte, werden dort halt finanziell unterstützt, wenn die halt einfach, ich sag mal, da solche Einbußen machen mussten, durch halt die Tiere. Also staatliche Subventionen. Genau. Und da wird halt wohl auch, werden die halt unterstützt, was halt dann den Schutz der einzelnen Anlagen angeht, dass die halt gegebenenfalls eingezäunt werden und, und, und. Aber, jetzt ist es wohl so, was meint ihr, du kannst ja nicht mal eben auch jedes Gewässer einzäunen. Und vor allem so ein Otter, der buddelt ja. So, dann buddelt der sich da drunter. Und wenn du Gewässer hast, die irgendwo in dem Wald liegen, die kannst du ja gar nicht einzäunen. Also ist es eigentlich, und das sagen halt die, 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 die Wörter auch in diesem Video, oder einer ganz bestimmt, der halt ganz klar sagt, ich weiß nicht, wie lange ich das noch machen kann. Weil es einfach sich nicht, es lohnt sich einfach nicht. Es geht halt alles kaputt. Das ist echt interessant. Also wo ich, wann war das denn, 2015 war ich ja da am Foxmeer mit Achim, ne, in England. Und die Engländer haben ja damit noch, also schon viel länger Probleme als wir. Und der ganze See war wirklich komplett umzäunt. Und du hast immer nur zu den einzelnen Angelplätzen so Eingänge gehabt. Und du musstest die Tür zumachen, ne, also das Tor. Da stand wirklich, der sagt, ey, wenn du das Tor nicht zumachst und die erwischen dich, musst du Strafe bezahlen. Wegen den Ottern. Ja. Weil die Otter da reingehen und die Fische nicht fressen, sondern die fangen die und beißen die an und dann verrecken die da dran. Haben die Bisswunden und dann spielen die mit denen und dann verrecken die irgendwie dran. Die gehen an riesen Fische dran. Ja, 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 25 Kilo, überhaupt kein Problem, gehen die dran. Die sind ja so schnell. Das ist wirklich krass. Interessant, was Peter gerade sagt, weil da wollte ich eigentlich auch gerade ansetzen. Weil ich hab sogar die Tage noch so ein, wie heißt das, Cycroffity, diese englische Seite, die auch so Videos macht. So ein Interview mit Danny Fairbrace und, oder wie der Peter sagt, mit Danny Fairbrace. Fairbrace. Gesehen und der hat ja in England dieses Embryo-Projekt gestartet, ne. Dass sie halt so Seen pachten, auch quasi Seen bauen, sag ich jetzt einfach mal, baggern, ne. Und da ist halt Otterfans, nennt sich das, ne. Also die Otterabwehr ist ein Riesenthema und da wird richtig viel Geld investiert. Es gibt so Firmen, die quasi nichts anderes machen, wie diese Seen einzäunen. Und ich meine sogar, dass die Zäune ein bisschen auch unter die Erde gesetzt werden, damit die sich nicht durchbuddeln können. Ja, aber Alter. Und das fand ich noch krass, dass er auch noch gesagt hat, wenn ich das richtig wiedergebe, dass der auch teilweise mit Geld, was mit diesem Embryo erwirtschaftet wird, ist ja eigentlich so eine Non-Profit-Angelegenheit und auch so ein Herzensding von dem, was ich eigentlich auch total cool finde, dann doch da so viel Geld rein zu investieren. Da hat er auch Angestellte, die sich um die Seen kümmern und so. Das ist so ein total interessantes Thema eigentlich, weil ich auch mal hier mal, vielleicht bei Gelegenheit noch mal genauer drauf eingehen möchte. Und der hat sogar gesagt, dass er auch teilweise dann anderen Gewässerbesitzern oder Syndikatbetreibern oder wie auch immer das da geregelt ist, hilft, die nicht so viel Mittel haben, um diese Seen einzuzäunen. Dass er quasi auch Seen außerhalb von Embryo damit unterstützt, um diese Seen da einzuzäunen. Weil wie der Peter gerade sagt, das ist in England ja schon viel länger ein viel, viel größeres Thema. Und da hat es gerade bei mir auch direkt Klick gemacht, wo du das erzählt hast. Weil ich das gerade letzte Woche habe ich das noch gesehen auf YouTube, so ein Interview-Ausschnitt. Ja, aber da ist halt dann natürlich, da fließen andere Gelder. Ja, das ist ja auch dann in einem privaten Angelinteresse, sag ich das mal. Du kannst ja natürlich, als jemand, der da Karpfen züchtet, die haben ja auch teilweise sehr große Seen, bezahl das mal. Also das kostet ja richtig Dollars. Kannst du gar nicht bezahlen. Ich wollte gerade sagen. Nein, das sagte der Christian ja auch in dem Video. Das kannst du gar nicht bezahlen. Und man muss natürlich auch einfach da unterscheiden. Ich sag mal, für so einen Beauty-Karps, der halt einfach Fischzüchter ist, weil er halt von der Fischzucht lebt. Weil das Speisefische auch zum größten Teil sind für ihn. Was will der machen? Ja. Keine Zucht, keine Nachkommen, kein Verkauf, kein Verkauf, kein Geld. Da bist du richtig aufgeregt. Okay, da werden die Fische halt, da wird halt Fisch in Zukunft halt teurer, weil halt die Abwehr, also die, wie, die Otter-Defense? Ja, Otter-Fense, ja. Otter-Fense, die halt einfach mit einkalkuliert werden müssen. Ja, aber da ist das Problem, Peter. Wer ist denn bereit, für so einen mockigen Karpfen, der jetzt eh nicht der tollste Speisewicht der Welt ist, noch mehr Geld zu bezahlen, außer zu Weihnachten, wo das so ein Ding ist? Das ist jetzt ja nicht so, dann hol ich mir doch lieber hier ein schönes Filet von irgendwas, was weitaus besser schmeckt. Ich glaube jetzt nicht, dass du sagen kannst, wir müssen die Seen umzäunen, ein Kilo Karpfen kostet jetzt irgendwie so viel wie ein Kilo Karpfen. Irgendeine Welzart aus Thailand ist aus so einer Antibiotika-Suppe, ey. Boah. Ja, aber der Christian sagte auch, es ist halt auch jetzt nicht nur auch die Otter-Problematik, die natürlich extrem, aber er hat zum Beispiel auch ein anderes Beispiel genannt, wo ich mir persönlich auch noch nie Gedanken drüber gemacht habe, das ist, was halt Grau- und Silberreiher und sowas alles angeht. Der sagte, früher hat man wohl gesagt so, wenn du irgendwie Reiher auf dem Feld hast, dann ist das was Besonderes. mittlerweile, guck dir die Felder an, du hast da teilweise, da stehen ja unzählige Silberreiher und er sagte gerade halt auch so Felder oder die Bereiche, die halt dann auch so grenznah oder wo die halt an den Gewässern stehen, weil sie halt auch geschützt sind. Was die fressen, Schnecken, Muscheln, Frösche, Molche, Krebse, was auch immer. Dann sagen aber die Grünen, nee, das sind immer die Karpfen, die Karpfen zum Beispiel, die fressen alles weg. So, das aber halt auch Tiere außerhalb des Wassers. Marian, du hast aber was nicht verstanden. Der Tierschutz geht doch nur bis zur Wasseroberfläche. Das war schon immer so in Deutschland. Der geht doch nur so weit, was du siehst. Und was du nicht siehst, da hört der doch auf. Das ist doch die Gangart, das Narrativ der Tierschützer. Das bemängele ich schon seit Jahren. Genau, was der Peter sagt. Alles, was unter der Wasseroberfläche passiert, was keiner von denen sieht, interessiert ihn nicht. Das ist halt leider so. Leider ist das so. Und dann stehst du da und hast dann irgendwie so ein Business am Laufen, was du dir auch über Jahre da hart aufgezogen hast. Und Fisch wird ist jetzt ja auch nicht irgendwie so ein Easy-Job. Das ist ja auch echt harte Arbeit. Und dann siehst du da quasi eigentlich, wie dein Kapital einfach weggefressen wird. Und du kannst dich gar nicht wehren. Also das ist so diese Machtlosigkeit, die stelle ich mir halt auch so unangenehm vor. Dass du irgendwie ein Problem siehst und du irgendwie der Einzige bist, der dieses Problem sieht oder einer der wenigen bist, der dieses Problem sieht und in der breiten Öffentlichkeit dafür gar kein Gehör findest. Ja, auf jeden Fall ein heikles Thema. Und wer da vielleicht auch noch genauere Informationen oder vielleicht auch aus eigener Erfahrung noch sprechen kann, unabhängig jetzt vom Beautycup, ja, lasst gerne mal was hören. Berichtet mal und wir werden auf jeden Fall da nochmal dranbleiben und vielleicht auch mit dem Christian nochmal ein bisschen genauer sprechen oder dazu auch mal was posten, weil die Bilder sind schon wirklich erschreckend. Was mir gerade noch einfällt, dann schließen wir es doch ab. Könnt ihr euch ja daran erinnern, wo ich letztes Jahr noch mit meiner Makrele Deadbait geangelt habe und morgens lief die Route ab und so ein scheiß Kormoran hat auf sieben Meter Tiefe sich das Ding geholt und fliegt weg. Hast du mir jetzt angeschlagen? Ja, natürlich habe ich angeschlagen, ey. Ne, also das ist mir nochmal eingefallen, da sieht man mal, wie krass das ist. Also wirklich. Die Beauty gab es jetzt ja auf jeden Fall auch in Wallau. Dann schnappen wir uns den nochmal und quatschen da nochmal drüber, weil ich denke auf jeden Fall, da spreche ich für uns alle, das ist auf jeden Fall ein großes Thema, wo man auf jeden Fall versuchen sollte, dem Aufmerksamkeit und Lobby zu bieten. Auf jeden Fall. Vielleicht können wir auch so eine Otter-Fans-Filme jetzt noch gründen. Otter? Machen wir die Zäune. Ruben Eule, zack, Zauernbaum. Otter, Otter die Fans. Eine Otter-Fans-Stiftung. Ja, ja. Für Betroffene. Ja, geil. Eine Versicherung machen wir. Eine Otter-Versicherung. Gibt doch auch einen, der hier so Klamotten macht. Der hat doch so einen Otter vorne drauf mit so einem Karpfen in der Hand. Den müssen wir eigentlich am Wochenende irgendwie mit Karpfen in der Reihe beschmeißen. Schäme dich, schäme dich. Blasphemie. Geil, geil. Ja, aber Wallau, ey. Wie viel Tag ist ab heute, sind es, wie viel, Sura? Ah, warte. Sura hat den Wallau-Kanal. Heute hat er nicht nachgeguckt. Sura hat heute so viel zu tun mit seiner Türken-Zwiebel am Kopf, ey. Ja, warte. Guck mal, in Wallau könnt ihr euch auch mal die Varian's neue Frisur angucken, ey. Wallendes Haar, ey. Zwölfmal schlafen. Zwölfmal schlafen. Zwölfmal schlafen. Ja, noch zwölfmal. Als wir letztens noch hier mit Markus Sippel-Mai gesprochen haben, war es noch 25mal, ne? Hast du gerade zwölf gesagt? Oh, zwölf? Sag mal elf. Du hast zwölf gesagt. Sagst du zwölf? Klar, Mann. Zwölf. Ja, zwölf. Zwölf. Sag mal elf. Sag mal elf. Der sagt ja Kirsche, Kirsche, Kirsche. Ja. Wenn dieser Podcast rauskommt, ist quasi dann der Freitag. Ist eine Woche noch. Ja, genau. Wenn der Podcast rauskommt, eine Woche und ein Tag. Also praktisch, wenn der Podcast rauskommt, dann haben wir schon eine Woche später aufgebaut. Ja, genau. Das kann man sagen. Genau, der Podcast. Ja, eine Woche. Finch läuft bei uns am Stand und wir haben bestimmt schon ein bis zwölf Bier getrunken. Ich mach auf jeden Fall noch eine Playlist für Wallau. Oh Gott, oh Gott. Oh nee. Das geht nicht gut aus. Das kommt Céline Dion, ja? Ich bin sogar schon Donnerstag da, weil ich Donnerstag mit Ruben, the one and only Ruben Eule, den ND-Tackle-Stand aufbaue, wo ich in der letzten Folge gesagt habe, dass wir den quasi in, ich nenne es jetzt mal in Auftragsarbeit für den da, ja, kreieren und aufbauen werden. Das ist ja große Premiere für ND, ne? Ja, und ich will hier an der Stelle nochmal sagen, das wird schon geil, also das wird wirklich, wie hab ich letzte Folge gesagt? Obwohl ihr das gemacht habt, wird er geil, oder? Oh, Schwedis, weißt du? Ja, wird das geil, du Affe. Natürlich, guck mich doch mal an. Ich bin aber, weißt du, der, der ist derjenige, der dem ND gesagt hat, lass den Kauber das machen, das ist voll dein Organisationstalent, so und jetzt will er wieder hier, will er wieder frech werden. Ja, cool, cool Fühler, der will cool Fühler im Moment haben. Ich bin, ich bin ein Mann von Welt, also natürlich wird das ein geiler Stand, ey. Okay, hier, meine zwei Freunde, ihr wisst doch, wir haben ein Fundament, was nichts erschüttern kann, oder? Ja, das stimmt wohl. Alles andere ist doch nur Kizzeleien. Das stimmt. Es wird auf jeden Fall fantastisch. Wir sind auf jeden Fall auch gespannt, Maui, was du da fabriziert hast. Ich freue mich so. Wir sind ja auch im Thema, wir sind ja auch im Thema, du hast ja einen extremen Output, was das Thema angeht. Aber wir sind auf jeden Fall gespannt, Alter. Zum Glück habe ich zwei Ohren. Ja gut, die Videos, die ich da so vom Lager schicke, das ist natürlich Kapi intern, ja, das ist natürlich jetzt so unser privater Output, aber ab und zu ergeben sich lustige Momente und ich kann es gar nicht erwarten, das wirklich mal alles so am Stück zu sehen. Wenn das mal alles so da mal steht und so, das ist, ja, ich freue mich drauf. Ja, das erinnert mich an den Karpforst, der letztes Jahr auch zum ersten Mal in Wallau auf der Messe war und irgendwie eine Woche lang aufgebaut hat. Da kommst du gar nicht mit hin, Alter. Ich meine, am 17. November waren die schon da und haben schon angefangen aufzubauen. Ja, okay, letztes Jahr war die Messe aber am 15. Oktober, also von daher... Ach, scheiße, stimmt. Vielleicht war der 15. September. Ja, der hat auf jeden Fall lange... Ja gut, aber das ist halt wirklich so, das habe ich auch zum Ruben gesagt, wir haben das wirklich gut geplant. Und ich habe jetzt auch schon ein paar Jahre Messeerfahrung so in mir, sage ich jetzt mal. Aber ich habe auch gesagt, lass uns mal früh genug hin, du weißt nie, da ist auch diesmal viel mit Strom und Verkabelung und hast du nicht gesehen. Das erste Mal ist halt immer so, besser einen kleinen Zeitpuffer zu haben. Das Einzige, was da noch ganz gut ist, dass wir vier Glanzgestalten uns ja wahrscheinlich eh erst Freitag, so, sagen wir mal, am frühen Nachmittag wieder treffen werden, dann könnten wir theoretisch auch schon ich und Ruben ein bisschen früher losfahren, wenn noch irgendwas zu tun wäre an dem ND-Stand. Was für frühen Nachmittag, Alter, wo lebst du? Aber spätestens um 12 Uhr stehe ich da, Alter. Also letztes Jahr... Leverkäs-Brötchen, ey. Aber ich glaube, letztes Jahr waren wir auch so halb zwei, zwei haben wir uns doch letztes Jahr getroffen, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Aber dieses Jahr wird ja auch wieder Carp for Star sein, ne, mit seinem Kaugummiautomaten, ne? Dann wird er ja da verlosen, bei uns gibt's ja auch die Lose, da nochmal an der Stelle nochmal gesagt, für einen guten Zweck. Wer ist denn sonst noch da? Ich glaube, Fishstone ist wieder da, ne? Ja, MC Stone ist da. MC Stone, also ihr könnt ja wieder fragen, was das für eine Montage ist, die ich da benutze, ne? Ja, genau. Aber jetzt wirklich, also ich hab ja bei dem Fish- und Fang-Video, hab ich ja die Helikoptermontage benutzt, muss ich sagen, die ist sogar, also für meine Zwecke noch besser gewesen. Und, wenn ihr mit Steinen angelt, sucht euch eine Stelle am Bahndamm. Perfekt, perfekt. Da geht die Munition nie aus, ey. Geht nie aus, oder der Bahndamm rutscht ab. Ja, wer sonst so? Ja gut, Angelzentrale Rieden fährt dann auch wieder richtig groß auf, ne? Aber hat der Rieden einen komplett eigenen Stand, einen komplett großen eigenen Verkaufsstand wieder? Ja, wie letztes Mal auch. Ja, die haben alles dabei. Solar, Sportex. Tracker richtig groß, genau, Sportex. Tracker, ja. Okay, geil. Freuen wir uns. Robin, wenn ihr das hört, ne? Und Nick, bringt uns was Leckeres mit. Ja, dann? Ja, Ronny. Ronny ist auch noch mit Sonic, ne? Genau, mit Sonic hier. Wie hat der Peter in der Bosch so schön gesagt? Notorious B.I.G. mit der dicken weißen Jacke. Notorious B.I.G. mit seiner weißen, aufgeblusterten Jacke kam er an, ey. Verlustige, ey. I'm the big popper. Ja, Nash, auch wieder, ne? Mit riesen Stand. Ja. Ja, und auch jede Menge Neuheit, ne? Was hab ich gehört, Maui? Die bringen auch die Neuheit raus, die du ja so unfassbar angeteasert hast in eurem Spezial-Podcast mit Fusi. Ja, das war, ja, das ist wohl mit dabei, dieses Produkt, was ich und Peter letztes Jahr, letztes Jahr auf der Trade Show, sagen wir mal, ein Foto davon gesehen haben und das unter höchster Geheimhaltungsstufe dann ja wirklich, da sieht man ja, wie seriös wir sind, bis zu dem Podcast mit Marc nirgendwo mehr angesprochen haben und dieses Produkt, was wirklich so ein bisschen anders ist, ist ein Produkt, was jeder Angler eigentlich grundsätzlich erstmal braucht und das kann man nicht angeln, so viel kann ich schon mal sagen, aber es ist anders. Es ist so wichtig wie Autoreifen beim Autofahren. Genau. Und ohne jetzt zu sagen, was das ist, jetzt machen wir es nochmal richtig lustig, ihr geht einfach zum Nähstand, im Idealfall zu Fusi und dann fickt ihr richtig Kopf, dann sagt ihr einen. Dies ist also nicht der Papagei, sondern ich will wissen, was die drei Kapitäne da gesagt haben. Ja, vielleicht bringe ich den Flamingo wieder mit, das habe ich ja schon angekündigt, um nochmal ein Videobomb zu machen, aber geht an den Nähstand, nicht nur zu Fusi, ist egal zu wem, geht hin und sagt, ihr wollt mal sehen, was die Kapitäne da im Podcast so gehypt haben, die sollen euch das mal zeigen, dann haben die was zu tun, die haben ja eh schon genug zu tun, aber die sorgen noch für ein bisschen mehr Arbeit. Die sollen noch richtig was zu tun haben. Ja, genau. Und Ellen Blair ist auch da, wo ich mich auch noch so ein bisschen drauf freue, das habe ich auf der Nash-Homepage gesehen, die haben jetzt so eine faltbare Lampe und ich bin ja so ein Lampen-Fan, ich mag das ja so mein Bibi so schön so zu beleuchten, dass ich so mit einem Klick so Tageslicht habe und die haben eine Falt, so eine Lampe, die rollst du zusammen und pustest sie irgendwie auf. Ist sie nicht aufblast? Ja, du pustest sie irgendwie auf oder so, ja. Und dann kannst du sozusagen, da bin ich mal gespannt drauf, was das für ein Ding ist und ich hoffe, dass sie die auch mit dabei haben, das will ich mir unbedingt mal angucken, das sah irgendwie lustig aus. Ist ja auch komplett geil, also sowohl fürs Zelt, weil du die ja glaube ich auch mit einpacken kannst, wenn du die Luft rauslässt. Ja, kannst du es ja drin lassen. Ja, klar, kannst du ja drin lassen. Ich meine, die ist ja wie so ein Schlauch. Ja, so sah das aus, genau. Ist wahrscheinlich einfach nur so ein LED-Band drin, ne? Ja, ja, genau. In den neuen Röhren jetzt aus LED ist ja auch nur so ein LED-Band drin. Ja, aber ich finde es geil, also ich persönlich finde es auch geil, als ich gesehen habe. Es ist natürlich jetzt, also ich habe sie jetzt noch nicht live gesehen, je nachdem wie sie optisch halt aussieht, ist natürlich, sind die zu vergleichen. Mit so einer kleinen hängenden Zeltlampe. Aber wenn sie das macht, was sie machen soll, das einfach gut macht und vor allem hell macht, dann finde ich das komplett geil. So ein Ding zum Aufplan. Ja, müssen wir es auf jeden Fall angucken. Und du kannst sie noch mit deiner Bluetooth-Box noch connecten, weißt du, dann macht die noch ein bisschen Disco. Und dann in dem großen Nash-Bunker da. Party. 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 Party, Party, Sahne. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Was so an Neuheiten da sein wird. Wir werden uns das alles mal irgendwie, ja gut, Samstag wird es eh nicht hinaus, vielleicht schaffen wir es ja Sonntag mal kurz. Doch, ich habe ja im letzten Podcast schon gesagt, ich will mir echt ein paar neue Sachen zulegen. Und dann bin ich halt wieder froh, dass ich das mal alles aufgebaut sehen kann. Ja, ich muss auch noch shoppen. Ja. Auf jeden Fall eine Menge geboten in Wallau. Ich wiederhole mich, aber ich freue mich. Dann wird es super. Bevor wir jetzt hier in die Pause rein stolpern, ganz wichtig, Leute. Erstmal 12 Uhr, Kapi stand am Samstag, ganz wichtig. Ja. Markus Sippel-Mai hat was vorbereitet. Ich weiß nicht, was er da gemacht hat, aber diesmal bringt er die Keule mit, hat er gesagt. Dann nochmal, weil auf so vielen Fragen muss ich jetzt antworten. Samstagabend, H-Plus-Hotel in Dietenkirchen, wie heißt das? H-Plus-Airport auf jeden Fall. H-Plus-Airport, H-Plus-Airport. Unten in der Bar, bringt was zu trinken mit, stellt es draußen ins Gebüsch, weil die Bar hat eh wieder nicht genug zu saufen dabei. Ja, also alles, was er mitbringt, draußen ins Gebüsch stellen, dann von innen wieder reingehen und wir verteilen das dann. Von alle dahin, Samstagabend dann richtig geil Party, vielleicht noch eine Bluetooth-Box noch draußen hinstellen und dann geht's ab. Ja, aber erstmal zwölf Uhr bei uns am Messestand, Siesta, Abfahrt, Abschuss, das volle Programm. Siesta, nix Fiesta, nicht Siesta. Stimmt, Siesta ist Pettengehen, ne? Fort Fiesta, auf. Wir lassen die Kuh fliegen. Ja. So, und jetzt lasse ich erstmal die Kuh ins Keramik fliegen. Bis später. Bis gleich. Weißt du, was Carbfors rückwärtsgesprochen bedeutet? Wir auch nicht, aber wir machen verdammt geile Boilies. www.carbfors.de Urlaub mal anders? Vielleicht in einem schicken und modernen Wohnwagen oder Reisemobil? Unter www.caravan-welt.de findet ihr das passende Fahrzeug für euren nächsten Urlaub. So, liebe Freunde, wo wir jetzt ja gerade bei dem ganzen Neuheitenspektakel waren, rund um andere Firmen, haben wir hier und heute an dieser Stelle auch noch was zu verkünden. Und zwar wird euch in Wallau neuer geiler Carbyscheiße erwarten. Oh ja. Und Kapitän Kaulbach, der sich dem natürlich aufgrund seiner guten und wirklich herausragenden Connection, wirklich bis in die tiefsten, abgründigsten Löscher auf diesem Planeten, zehnt, wird er euch jetzt mal ein bisschen was erzählen, was es Neues geben wird. Wir haben ein neues Feuerzeug. Geil, das ist doch geil. Kann man auch mal klatschen hier, oder? Ja klar, ja klar, ja klar. Schwere, das kann gar nicht klatschen, das ist hier, Rex. Nee, Quatsch. Also wir haben uns ein bisschen was einfallen lassen. Und zwar fangen wir vielleicht mal so für mich persönlich mit dem Highlight an, oder vielleicht glaube ich für uns alle, und zwar neue Klamotten. Zwei neue Motive. Da würde ich doch mal sagen, wollen wir das nicht in unserer Backstage-Gruppe mal irgendwann mal so, vielleicht einen Tag vor Wallaub-Trop? Also ich glaube sogar, wir sollten das vorher in den sozialen Medien auch schon veröffentlichen, drei, vier Tage vorher. Das machen wir. Ja. Aber erst in der Backstage-Gruppe. Erst in der Backstage-Gruppe, dann, ja genau, die kriegen einen Tag Vorsprung. Geil. 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 Sein Vater. Geil. Sein Vater. Ja komm, es gibt so viele Leute, die machen nichts anderes, wir können doch auch einmal auch mal so sein, oder? Ja, ja. Ja, ja. Was hier schwimmt, hätte ich nie erwartet. Ja, ja. Nix. Monsterfisch. Nix. Nix. So ein Blank-Video, auch geil, ne? Was hier schwimmt, hätte ich nie erwartet. Nix. Nix. Ich habe... Wer nicht fängt, der kämmt. Ja, also wir haben, wie gesagt, wir haben zwei neue Motive, T-Shirt und Hoodies und wir haben jetzt was gemacht, was... Ja, Marian, äh Maui, wir müssen aber auch sagen, die sind beide aus den Gehirnwindungen von Marian Sura entstanden. Muss man ganz oft, ganz ehrlich oder auch sagen. Ja, der kann auch seine fünf Minuten Fame haben. Marian, ich weiß nicht, was mit dir an dem Tag passiert ist, ne? Keine Ahnung. Der hat so seine Momente. Aber du hattest mal einen lichten Moment und der war echt geil. Also wirklich Chapeau, Hood, Chapeau heißt, also Respekt, Hood up. Fuck you, Junge. Fuck you, fuck you. Du kleiner Spasti, Alter. Ne, wirklich, wirklich sehr, sehr geil. Also wirklich, wie du diese zwei Sachen in der Gruppe da so reingestellt hast, da hast ich gesagt, Junge, jetzt weißt du, wieso du den Marian so gut leiden kannst, weil er einfach ein cooler Typ ist. Ich dich auch. Ich euch auch. Super. Ja, und wir werden diese Klamotten jetzt ein bisschen, sagen wir mal, in einer anderen Art, also ich fange mal so an, wo wir mit KMP angefangen haben, haben wir ja jetzt mit dem Merch eine Zeit lang gewartet, weil wir auch gar nicht wussten, wofür das alles hin und so. Und dann haben die Leute halt nach Merch gefragt und dann haben wir ja, sagen wir mal, relativ einfache, vom Logo her einfach unser Logo, klein und groß, auf den Hoodie drauf gedruckt. Und eigentlich hatten wir von Anfang an auch so ein bisschen das Bedürfnis, so das ganze qualitativ nochmal auf ein anderes Level zu heben. Wir wollten auch nicht mit diesem Podcast starten und dann direkt mit so, ich sag mal in Anführungszeichen, teuren oder hochpreisigeren Klamotten um die Ecke kommen. Und dann heißt irgendwie so, da haben wir uns einfach ein bisschen zurückgenommen. Wir haben dann schon einen sehr guten Hoodie, muss man sagen, sag mal in der normalen Klasse rausgesucht. Das ist ein B&C King Hooded Sweat. Wenn Sie so ein bisschen damit auskennen, man steht ja auch hinten drin, das ist jetzt kein Schrott. Das sind schon gute, in dem Bereich hochpreisige Pullover. Das sind auf jeden Fall schon echt gute Hoodies, aber man kann da auch noch einen oben drauf setzen. Und wir haben diese Motive jetzt wirklich auf, ich sag mal, das sind Premium Hoodies. Das ist hier 100% Bio-Baumwolle, Fairtrade, Ökotex, Schlag mich tot, hast du nicht gesehen. Und ich hab dann etliche Muster kommen lassen und ich hab dann so vier Stück rausgesucht zum Schluss und Ruben ist dann abends hingekommen und ich sag so, ey, ich brauch mal eine andere Meinung, zieh die Hoodies mal bitte alle an. Und hab ihm den teuersten von den vieren zum Schluss gegeben. Ich zieh den ersten Hoodie an, den zweiten, den dritten und ich geb ihm diesen vierten Hoodie nur so in die Hand und der sagt schon so, oh, der ist anders. Also ich kann mich noch dran erinnern, wo ich vor ein paar Wochen angeln war, da hatte ich den dabei, den Hoodie unbedruckt und hat das ganze Wochenende, sag mal, normale Angel-Hoodies an und bin dann nach dem Angeln zu Meckes gefahren und denkst so, boah, der Hoodie ist jetzt ein bisschen durchgemockt vom Angeln, zieh mal einen anderen an und hatte diesen noch im Auto. Und wo ich den so anziehe, merke ich einfach, boah, du merkst halt wirklich, dass dieser Pullover weit, das ist eine ganz andere Liga. Der ist natürlich auch preislich eine ganz andere Liga, aber ich finde auch diese neuen Motive, die wir da haben, die müssen dem auch gerecht werden und wir haben dann jetzt, sagen wir mal, wirklich da diese Hoodies in einer absoluten Premium-Qualität gemacht. Dasselbe auch mit den T-Shirts, die T-Shirts sind auch aus dieser Bio-Baumwolle, das ist wirklich, es trägt sich anders, ja, die haben einen geilen Schnitt, die tragen sich gut und lasst euch überraschen, wir haben wirklich zwei coole Motive, wir haben ja sogar noch ein paar andere in petto, aber wir haben jetzt erst mal diese zwei. Ja, also auf jeden Fall, ich meine, ihr habt es dann ja beide auch, wo wir uns hier getroffen haben, zur Podcast-Aufnahme und zur Verlosung von unserem einfach geilen Müllsammeln gesehen. Der Marian hat ja auch Muster bekommen, der hat euch ja auch welche zugeschickt. Also die Sachen sind schon, sind schon wirklich, ja, anders. Ihr werdet es merken, ihr werdet es sehen, freut euch drauf. Ja, und um da nochmal auch ganz kurz, möchte ich nochmal kurz darauf eingehen zu sagen, uns ist es natürlich auch einfach ein Anliegen hier, euch halt auch zu, ja, einfach auch zu erklären, warum wir jetzt auf einmal da vielleicht Produkte bringen, die halt einfach auch eine Mark teurer sind. Wir wollen natürlich einfach auch hier unser Medium nutzen und ich glaube, einfach auch behaupten zu können, ihr kennt uns da mittlerweile alle ein Stück weit, dass wir da halt auch kein Hehl drum machen und einfach auch frei Schnauze hier sagen, wieso, weshalb, warum. Und es ist halt einfach ganz klar, dass wir halt auch einfach schauen müssen und auch wollen, was können wir halt einfach geiler machen. So, und wie können wir halt, ich sag mal, das, was wir jetzt haben, halt noch geiler zukünftig irgendwie bringen und haben natürlich auch einfach da einen Eigenanspruch und haben da jetzt halt einfach gesagt, so, okay, komm, wir gehen halt einfach jetzt in eine völlig neue Richtung. So, und das lohnt sich und auch wenn das jetzt natürlich hier auch ein Stück weit wie so eine kleine Tupper-Veranstaltung ist, aber man muss halt auch ganz klar sagen, wir finanzieren KAPI halt auch durch den Verkauf der Merchandise-Artikel, also nehmt es uns nicht übel, dass wir jetzt hier einfach ein paar Minuten darüber sprechen, aber es sind einfach Projekte, wo wir viel Zeit, viel Arbeit und viel Herzensblut reingesteckt haben und wir freuen uns einfach darauf, die Sachen endlich, ja, euch zu präsentieren und sind auf jeden Fall gespannt, wie ihr sie finden werdet. Ja, das hast du schön gesagt, weil ich wollte auch gerade sagen, das war eine Menge Arbeit, ich bin ja so tief in diese Textilbranche, ich bin ja da reingeflossen so und ich habe mich wirklich sehr, sehr intensiv damit auseinandergesetzt. Der Maui kann mittlerweile sogar Pakistanin. Ja, ja. Maui war ja auch auf dieser großen Demo in Bangladesch, weißt du, für höhere Arbeitslöhne. Ja. Ja, Fat-Rate, man. Zurecht. Und es wird ja noch alles sogar, es wird jetzt auch Ware, die in Deutschland veredelt und veredelt. Ist ja auch alles Ware, die in Deutschland veredelt wird und so, wir haben uns da wirklich Mühe gegeben und guckt es euch an und da werden wir schon sehen. Ja, wir haben eigene Labels in den Klamotten, allein das schon ist halt geil. Apropos, ja, das wird jetzt richtig Carpyware von der Pike auf so, das ist jetzt keine, keine, sagen wir mal, Ware von der Stange, ne, das ist hier schon, wenn ich sage Premium, dann ist es Premium und dafür stehen wir da mit unserem Namen. Apropos veredelt und Premium, ihr müsst den Scheiß kaufen, weil die Cayennes sind durstig. Das ist es ja auch. Ja, also sind wir mal ehrlich, die Cayennes sind durstig und wir müssen einfach was machen, damit wir wieder mit 250 über die Autobahn blasen können. Das ist auch ganz wichtig, genau, das ist ein wichtiger Anspruch für uns und man muss auch einfach sagen, was die Hoodies teurer im Verkauf sind, sind die Hoodies auch einfach teurer im Einkauf, das ist halt einfach so, ne. So, das ist halt wie immer, you get what you pay for und wir haben dann auch noch ein paar andere Sachen dabei. Wir haben eine neue Kappenfarbe, wir haben, vielleicht haut es sogar hin, eine ganz neue Art von Kappen, in der Art der Veredelung, das ist gerade ein bisschen schwierig, weil das, sagen wir mal, man kann uns nicht zusichern, dass wir die bis Wallau haben und wir haben auch neue Mützen. Jawohl. Wir haben jetzt gerade Polarbeenies, also Winterbeenies, sag ich mal, die sogar bis zum gewissen Punkt wasserdisch, beziehungsweise wasserabweisend sind. Die zieht noch nicht mal derjenige auf, der sogar im Sommer bei 30 Grad immer eine Wollmütze auf hat. Die sind einfach zu warm. Die sind zu warm. Die sind zu warm. Die sind wirklich sehr, sehr, ja, flauschige, gemütliche Wintermütze. Muckelig. Capi-Muckelig-Beenies. Ja, in einem geilen Grün, in einem geilen Schwarz. Also jedem, dem das Naturbeenie fehlt, der sollte sich jetzt im Winter so eine Polarmütze holen von uns. Ja. Ich. Marian. Ich hab eine. Ja, ja, aber nur bis zu einem gewissen Punkt, ne. Ja, ja, Marian läuft ja eher rum wie so ein Israeli, weißt du. Ja, auf jeden Fall ein paar coole Sachen. Also ich hab's ja eben schon mal gesagt, dass der Markus Sippel-Mai sich ja für zwölf Uhr was ganz Besonderes ausgedacht hat. Und wir wollen, also wir wissen ja nicht, was er sich ausgedacht hat, aber irgendwas Mieses. Und um diesem miesen Effekt wieder entgegenzuwirken, haben wir uns auch was ausgedacht. Und zwar werden wir ein paar kostenlose, Maui, kostenlose Goodies verteilen. Also wir haben was, wir haben was zu verschenken. Jawohl. Ehrlich? Ja, Nobelwochen bei Carpi. Ja. Maui hat Nudelsalat gemacht für alle. Also Maui hat ja schon groß angekündigt, dass er diese Dinge mit dem Crownbaiter in der Menge verteilen wird. Also das werden wahrscheinlich Zustände sein, wie damals Markus Pelzer, Gott hab ihn sehlich, seine 10mm-Boilies in Braunfels verteilen. Ja, so in der Art. Hat er? Ja, ja. Ja, ja. Da haben wir richtig viele Gratis-Boilies verteilt. Also komm, wir droppen es. Wir werden einfach 300 Gramm Blei in die Menge werfen. Ja, mit aller Gewalt. Ich werde die mit der Spomp über euch rechnen, mit so einer Dotspot, die hat er durch die ganze Menge verteilt. Aber du wirst diesmal, du wirst nicht den Grund lackieren, sondern er wird euch alle lackieren. Ich lackiere euch, aber jeden Einzelnen, aber sowas von. Nee, wir werden, ich werde es mit dem Crownbaiter in die Menge werfen, ja. Es gibt was. Also 12 Uhr. Kamelle. Kamelle. Ja. 12 Uhr, Karpi-Stand, könnt ihr was erleben. Kommt ran. Und was mitnehmen. Kommt ran. Bringt Freude mit, bringt Diebe mit und ja, keine Scheu, kommt vorbei, quatscht uns an und es wird super. Es wird super. Nimmt Platz am Tresen, am Karpi-Tresen. Also gerne, wer zu uns an den Tresen kommt, bitte ein Bier mitbringen. Ja, ich will das nochmal vom letzten Jahr auch nochmal wiederholen, also wir erwarten schon, dass wir da an dem Tag kein Geld ausgeben für Bier, ne? Ihr müsst uns schon einen ausgeben. Wir bezahlen gar nichts. Und lass das Lehrgut da, wir wollen davon noch unsere Miete bezahlen. Ja, genau, wollte ganz sagen. Wir bezahlen gar nichts. Für alle zwei Wochen Karpi-Podcast. Ja. Jetzt seid ihr dran. Und bringt auch, und ne, auch Gastgeschenke sind immer gern gesehen und ich wiederhole mich da, aber ihr kennt die Regel für Geschenke, es muss nicht schön sein, es muss nicht von Herzen kommen. Hauptsache teuer. Hauptsache teuer. Und Damenbesuche ist auch immer gern gesehen, also Groupies, wir haben extra ein Separee für die, also gerne kommen. Ja. Oh ne. Die Couch. Oh ne. Also, so, komm, jetzt genug, genug der Frotzelein. Wir hatten ja in der letzten Folge noch ein Thema, das wollte ich nochmal aufgreifen, weil ich hab mich jetzt mal kundig gemacht, ne? Es geht um das GTM 40, das Thermometer. Fischhawk, wie es mittlerweile heißt, ne? Fischhawk, ja, ja, Fischhawk, was da über Sänger vertrieben wird, soweit ich weiß, ne? Also es ist ja nochmal, für diejenigen, die jetzt irgendwie quer hier reinkommen, also Quereinsteiger sind, es ist ein Thermometer, was halt in verschiedenen, das wirfst du rein und das misst halt in verschiedenen Tiefen die Temperatur, sodass du halt… Genau, auf jeden Meter. Auf jeden Meter, sodass du halt zum Beispiel eine Sprungschicht erkennen kannst, ne? Jawohl. Jetzt hatte, glaube ich, Marian, Marian, Verbesser mich, glaube ich, hattest du eingeworfen, dass das Ding ja eigentlich eine Batterie hat, aber die nicht auszuwechseln ist, ne? Korrekt. Kaufen, anmachen und halt hält dann nur eine bestimmte Zeit, aber diese bestimmte Zeit ist Arschlange. Aber wir wussten es nicht und das hat Peter sich nochmal gemacht, ne? Und ich hab mich mit der Firma Sänger, hab ich mich kurz geschlossen und wollte mal ganz genau wissen, wie lange das ist, weil ich kann mich erinnern, dass die ersten Varianten waren zum Austauschen. Ja, da waren so Knopfbatterien drin früher in dem alten, genau. Knopfzellen. Ja. Ja. War aber das Problem, dass die dann nachher, wenn sie falsch eingesetzt worden sind, die Dichtung nicht richtig dran war, das Ding halt einfach ins Wasser geworfen wurde und war kaputt. Das heißt Knopfzellen, nicht Knopfbatterien. The man with the batteries, big container business, der kennt sich aus. Ja, Knopfbatterien, Knopfzellen. Entschuldigung. Entschuldigung. Marjan, für die Wahrheit muss man sich nie entschuldigen. Boah ey, wenn ich dieses Backpfeifengesicht sehe, ey. Guck mal da. Ich komm mir nicht raus. Ich komm mir nicht raus. Junge ey, da war er auf 180, ey. Boah ey. Schwede, sag nix, hab ich nur gebrüllt. Sag nix. Und das Geile war halt, ich hab halt einfach nix gesagt. Und das war glaube ich schlimmer als alles andere. Ja, ja. Du hast einfach nur gewartet, bis der Vulkan ausbricht, ne. Nee, ach komm. Also wie gesagt, ich hab mich dann erkundigt, hab mit der Firma Sänger dann Kontakt aufgenommen. Also an der Stelle auch vielen Dank Flo für deinen Input und deine Erklärungen dazu. Es ist so, es ist wirklich, die Batterie ist nicht zum Austauschen bei der aktuellen Modell, hat den Hintergrund, dass das halt auch komplett dicht ist. Also dieser Fehler, dass wenn du eine Batterie ausgetauscht hast und hast das nicht mehr richtig zugemacht, ist kaputt gegangen, hast du jetzt nicht. Und dann sag ich aber, Moment, aber wie lange hält der die Batterie? Und der sagt, ja, also wir geben eine Garantie von fünf Jahren, in der Praxis hält das aber mindestens sieben, wenn nicht noch länger. Und das halt auch bei Temperaturschwankungen und der man with the batteries weiß ja ganz genau, eine Batterie, auch eine Lithium-Batterie, die da drin ist. Zelle. Maui, eine Knopfzelle, ist stark abhängig von Temperaturschwankungen und selbst dann hält das noch, also weit länger als fünf Jahre. Also er sagt also in der Regel eher sieben, wenn nicht teilweise noch länger. Okay. Okay. Und dann sag ich mal, dann ist es okay. Klar wäre es vielleicht schön, wenn man es austauschen könnte, aber ich verstehe das auch, wenn so viele Rückläufer sind, das mit falscher Handhabung nicht richtig zu, Dichtung kaputt beim Austausch, dann muss man schon sagen, dann ist die Variante dann doch die bessere. Ja, man muss halt überlegen, dass man das Ding einfach ins Wasser wirft. Und das hat ja auch noch vielleicht, je nachdem wie tief das wirft, auch einen gewissen Druck, der auf das Ding auswirkt. Druck? Darf man auch nicht vergessen. Und... Das ist auch, glaube ich, das Hauptproblem. Ja. Einfach die Tiefe und der Wasserdruck, weil bei Deeper funktioniert das ja auch beispielsweise. Den Deeper, den drehst du ja auch nur zusammen wie einen Schraubverschluss. Und dann ist ja auch alles zutti mit dem Ding, ne? Ja, aber der geht ja nicht auf diese Tiefe dann, ne? Genau. Das ist der Unterschied, genau. Ja. Ja, cool. Dann haben wir auch das geklärt hier. Sehen Sie? Haben wir das geklärt? Hier werden Sie geholfen. Ja. Aber ich hab immer noch keins von den Dingern. Dann kauf dir doch mal eins jetzt. Ich hab auch gesagt, ich hab auch noch mal so als Abschluss gesagt, ja vielen Dank und so. Und ich muss dir mal echt so eins ausprobieren. Und dann wurde mir gesagt, ich habe es verstanden. Du mieser Köter. Und ich so, soll ich dir nochmal meine Adresse schicken? Ich schleiche es nicht wieder hier. Lass uns nochmal telefonieren. Ja, du Köter. Du hast ein Köter. Aber Hauptsache eine Costa-Brille auf dem Schädel. Ich hab mir noch eine geholt. Ich hab jetzt zwei. Ja? Guck mal, wie er guckt. Ja, ja. Ich hab mir noch eine geile geholt, ey. Hab mir noch eine geile geholt. Mit einer anderen Brüllenfarbe und ein anderes Modell. Also da seh ich nicht aus wie Hulk Hogan, sondern... Mit einer anderen Brüllenfarbe. Ich liebe es. Da ist mir doch Brüllenfarbe. Ein Glas Gläserfarbe, Mann. Das ist das Beste. 11, 12 und Brülle. Hä? Das hast du gar nicht erzählt, weil du wusstest, darf ich dich schon wieder beleidigen. Vor allen Dingen wieder beleidigen. Auch schön. Marian, der Blick, den du mir eben zugeworfen hast, deine Entgleißung im Gesicht, wo du gehört hast, dass ich mir eine zweite gekauft habe, der hat mir eigentlich gereicht. Das ist krass, das ist echt krass, ja. Ich hab die Tage da tatsächlich noch dran gedacht, weil ich noch so ein Video geguckt habe über GT-Angeln im Oman und da hatte der Skipper auch so eine Costa-Brille und aber halt auch so ein Costa-UV-Shirt. Da hab ich noch gedacht, boah, schwer, das wär was für dich, Alter. Auf dem Fahrrad, Junge, wie du da die Darmstädter Promenade abtuchst, da mit so einem Costa-Lycra auf dem Schädel, Alter. Und dann die Brille, die Brille da auf dem Schädel, wie Hollywood Hogan, geil, Alter. Und rasierte Beine, Rennradfahren. Was ein Typ, Mann. Ja, meine Beine sind so wie dein Hinterkopf. So, Costa Cordalis, so nenne ich dich jetzt nur noch. Costa Cordalis aus Darmstadt. Ey, Jungs, ich sitze auch im Trocknen. Lassen Sie mal ganz schnell, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich hab Durst. Schon mal noch schnell was zu trinken. Wir machen doch schnell eine Pause. Bis gleich. Erlebe eine smarte Welt voller Verbindungen. ND-Tackle-Bissanzeiger lassen sich mit Zubehörgeräten wie Kopflampen, Bivi-Light, Diebstahl-Warnern und vielem mehr verbinden. Ein Highlight ist dabei die Smart Byte Watch, die als Empfänger für die Bissanzeiger und als Steuerungsgerät für Lampen dient. Tuff Cases – perfekte Transportkofferlösungen für deine Outdoor-Einsätze. Unverwüstlich, robust und absolut wasserdicht. Egal ob teure Kamera, empfindliche Drohne, Laptop oder deine Angelpapiere. Tuff Hartschalenkoffer schützen deine empfindlichen Ausrüstungsgegenstände vor Nässe, Staub und Erschütterung. www.tuff-case.de So. So. Jetzt haben wir in der Pause gesagt, der soll nicht so sagen. Das Erste, was er sagt, ist so. Das kriegst du auch nicht mehr, was einmal genetisch versaut ist, kriegst du auch mit Schlägen immer hin. Das hat Marians Mutter zu ihrem Mann auch gesagt. Naja, weißt du das noch, als wir mit Schödelfilmen waren, Schwedis, und ich immer Ja gesagt hab? Ja, zu bitte. Ja, ja, ja. Das war auch sehr furchtbar. Kriegst du dich raus. Ja. Na, ist auch egal. Auf jeden Fall. Komm, mach mal. So. So. Wart schon wieder. Geil. Wo wir jetzt gerade hier so in unserer Messevorfreude sind, fällt mir gerade noch eine Sache ein. Und damit würde ich direkt nochmal hier unsere Lieblingsrubrik kurz mal wieder einfügen hier in diesen wunderschönen Podcast. Und zwar, jetzt aus der Kalten, ohne dass du irgendwas davon weißt, ich erinnere mich an eine Story, Peter, von einem, ich sag mal, einem Unfall, von dem du mir berichtet hast, ist schon lange her. Ich hab die Story schon mal gehört, aber das ist so lange her, dass ich sie auch nicht mehr so ganz von meinem geistigen Auge habe. Es gab doch mal eine Unfallsituation, die sich mit dem legendären Carpeating in Braunfels ertragen hat. Ach die, ja okay, ja okay, weil es gibt ja noch eine andere, aber die müsste man nochmal erzählen, wenn der Meister Brauns dabei ist. Ach, die aus Wundschuh, die aus Wundschuh, die ist auch gut, aber ich sag ja, die Braunfels, die ist auch geil. Also bist du jetzt so unvorbereitet dazu, du bist ja jemand, der hat ja ein gutes Gedächtnis, äh, naja. Ich muss scheinbar loben. Es liegt an dem Niveau, was hier herrscht. Ach, schön. Maria, machst du gerade eine Duftkerze an, oder was? Machst du dir romantisch? Mach mir gemütlich, ja, ja. Ach, wie süß. Ja, ja, also, puh. Also, pass auf, bevor du jetzt, so, geh ganz kurz in dich, ich leite das nochmal kurz ein. Liebe Hörer, das ist, ich weiß, das ist die Rubrik, die ihr alle liebt. Der Peter muss nochmal ganz kurz sich sortieren und ich sage jetzt, mikrofonfrei, Kapitän Schwedes, erzähl ganz genau. Erzähl ganz genau. Okay. nicht hätte machen sollen. Dann ist doch mittlerweile juristisch alles verjährt. Äh, mit Sicherheit ist das verjährt. Ähm, ich muss da jetzt nochmal ganz kurz drüber nachdenken, wann's war. Und zwar war das, ähm, Carb-Meeting Braunfels, wo Rammstein das Lied rausgebracht hat, bück dich. Hm. Müsste irgendwann in den 90er gewesen sein. Ich kann's mal, ich kann's mal googeln. Ich kann's mal, wenn ihr eine Sekunde Zeit habt. Ach, Peter, wir haben doch alle Zeit der Welt. 1997 hat Rammstein das Lied bück dich rausgebracht und ihr werdet ja auch gleich erfahren, was das mit dem Lied auf sich hat. Also, jeder, der in den 90er Jahren, ähm, in Braunfels auf der Messe war, weiß, dass das, ähm, die Messe der eine Schauplatz war und das Supermax in Wetzlar die Diskothek der andere Schauplatz, der praktisch ja noch viel interessanter war für, für manche anderen. Das ging ja so weit, dass ja schon, äh, Busse geschartert wurden, wo dann die ganzen Kaffnangler aus dem Haus des Gastes, beziehungsweise aus dem Turm dann in die Diskothek geschafft wurden. Ich nenn keine Namen, ähm, aus, ähm, juristischen Gründen und aus, äh, also, es ist wirklich, nochmal, ich muss sagen, es ist eine Story aus der Jugend, wo man viel Scheiße gebaut hat, die man, wo ich auf jeden sag, macht's nicht nach. Ja, nicht nachmachen, liebe Kinder, nehmt euch kein Beispiel an Peter Schweders. Es ist totaler Schwachsinn, ähm, ich erzähl dir auch nur als negatives Beispiel und als, äh, ich erzähl dir auch nur im engsten Kreis. Mir läuft ja auch keiner zu, wir wollen, wir, ist ja unter uns, aber vielleicht ist es ja auch einfach ein Mahnmal und, und wir wollen genau wieder, wir haben einen pädagogischen Auftrag und man muss doch mal sagen, was man nicht machen sollte. Also, sensibilisieren. Ja, das ist, das ist, das ist wie der, das ist wie der siebte Sinn, der immer im ersten kam, weißt, der dann gezeigt hat, dass Frauen kein Auto fahren können. So, also, jetzt, alle lieben mich jetzt, die Frauen, ähm, naja, also, es war es halt so, ähm, Messe, harter Messetag und das ist ja wirklich so gewesen, der, der, der Morgen fing an und, äh, sag mal, die ganze Messe hat ja mehr oder weniger an der Theke stattgefunden. Ähm, klar, ähm, klar, zentrale Sache war nicht das Kaufen von Teckel, sondern das Treffen von Leuten und auch wirklich dann die Dia-Shows anzugucken und halt einfach auch bekannte Gesichter zu treffen, die man halt über das Jahr irgendwo in Frankreich kennengelernt hat. Da hat man sich in Braunfels wieder getroffen. Soziale Medien, WhatsApp, Handys, war damals noch nicht existent. Naja, jedenfalls war so diese Braunfelser Crew, wo ich dann halt entstamme, das war immer so, dass, viele haben halt auch in Braunfels gewohnt, man hat sich dann halt nochmal abends umgezogen und hat gesagt, pass mal auf, wir gehen was essen, dann nachher gehen wir dann, äh, ziehen wir uns kurz um und dann fahren wir ins Supermax. Wer fährt denn? Tja, war natürlich dann immer, äh, eh ne, mene, Mist, es rappelt in der Kiste, weißt du, alles von Granaten dicht, aber einer hat sich immer gefunden. Und, äh, diesmal hat sich auch jemand gefunden, der hatte dann, ich glaube, es war so ein Renault oder so, so ein Renault 14, wie er immer heißt. Er hat gesagt, ich fahr, ich fahr, ich hol euch dann um, keine Ahnung, 10 ab und dann fahren wir ins Supermax. Naja, mein, ähm, Kumpel, bei dem ich mich frisch gemacht hab, viele Grüße an der Stelle, mhm, wir haben halt da gesessen, da haben noch ein paar Bierchen gezischt und haben Musik gehört und waren richtig geil drauf, weil die Messe war halt echt einfach saulustig und wir haben mit Sicherheit zwölf Bier an der Theke getrunken und geile Gespräche geführt und haben uns halt mega auf das Supermax gefreut, weil dann wirklich die ganzen Szene-Stars waren da an der Theke und auf der Tanzfläche und da hat sich halt so dieses Kaff, Waffenangler-Volk vermischt mit dem Gemeinpöpel. Gut, es war 97, da war ich, lass mich überlegen, 97, war ich 21, 21. Also gerade mal drei Jahre jünger als der Marian jetzt und natürlich warst du natürlich auch extrem auf der Suche und hast natürlich auch immer Druck auf der Leitung, ne? und hast ja tierisch darauf gefreut. Naja, jedenfalls kam dann derjenige, also nochmal vielen Dank, dass du uns damals abgeholt hast und hast uns dann die Möglichkeit, äh, äh, unterbreitet uns ins Supermax zu fahren, hat uns abgeholt und wir haben uns ins Auto gesetzt und waren wirklich, ja, wir waren wirklich sternhageldicht, ne? Und da kam wirklich, da haben wir Rammstein gehört und da kam wirklich gerade das Lied raus, bück dich und wir haben das Lied, glaube ich, 20 Mal gehört auf der Fahrt dahin und wir fahren so auf der B49 heißt sie, oder? Ja, Maui? Ich glaube, ja, B49 ist so eine, war früher schon immer verschrien als die Unfall, äh, Bundesstraße, Unfallmeile, ne? Aber so zwischen, ähm, wo fährt man da drauf? Solms, also jeder, der da ein bisschen Ortskenntnisse hat, von Solms dann nach Wetzlar und dann fährst du irgendwann Wetzlar ab, haben wir das Lied ungefähr 20 Mal gehört und ich hab dann immer, ich hab vorne auf dem Beifahrersitz gesessen, einer hinten und der Fahrer halt vorne, also ich nenne wirklich jetzt keine Namen, ne? Und dann irgendwann, ich weiß nicht, beim 25. Mal auf dem CD-Player, also damals hat man noch CDs gehört, draufdrücken, Wiederholung, hab ich irgendwas gesagt und drück drauf und der Fahrer brüllt so alle, bück dich, befehle ich dir und nimmt die Arme hoch und dem Moment verschlägt das Auto, donnert in die Leibblanke auf der rechten Seite, donnert in die linke, also in die mittlere Leibblanke, das ist ja zweispurig da, ungefähr vier, fünf Mal und wir bleiben stehen und ich guck mich an, der hinten saß, lag so halb bei mir auf dem Schoß, ich hab den Rückspiegel in der Hand und alles war am Qualmen, überall war alles kaputt und zerrissen und am quietschen. Und dann war so, weißt du, kennt ihr das, wenn dann so eine Situation ist und alle sich so berappeln und dann ist dann so, ach, alle wieder nirgends. Ja, ja, ich wollte gerade sagen, fünf Sekunden Ruhe, ne? Ja, ja. Alle schlucken so und dann kam von hinten am Rücksitz, aber wir fahren doch in den Supermax, oder? Und dann war wieder so dieses, oh, war das jetzt genau der Ticken zu viel, oder war das jetzt, krieg ich jetzt, wenn jetzt hier irgendwie offene Fleischwunden verteilt, sagt er, wenn die Karre noch fährt, Logo. Und alle, yeah, und dann wieder, bück dich, bück dich, bück dich, ey, und dann hat er die Karre wieder ins Laufen gebracht, wirklich, alles am Schleifen, da ging nix mehr, es war natürlich auch nicht mehr weit, es waren allerhöchstens, waren so ein paar hundert Meter bis zur Abfahrt und dann war das ja relativ nah an der Abfahrt und dann haben wir auf diesem Parkplatz angehalten, so ein bisschen weiter weg, damit die Leute das nicht sehen. Mit dieser rauchenden Karre, Alter. Ich wollte gerade sagen, ey, alles am Schleifen, wie so ein Cartoon, ne? Und wir da drin, weil es wusste, ich bis hinten ging, bück dich, wie will ich dir zum hundertsten Mal gehören? Ey, dann wollten wir aus der Karre aussteigen und da ging die Türen nicht auf. Da mussten wir von innen die Türen auftreten und sind dann ausgestiegen und ich so, ey, sag mal, willst du jetzt ohne Scheiß, ey, willst du jetzt wirklich am Ende? Der so, ja, klar, was soll ich denn machen, die Karre ist doch eh kaputt. Boah. Ja, und, ja, was, ey, ist doch scheißegal. Ey, dann sind wir wirklich noch in Supermax, haben hier, Markus Pelzer war dabei, Popovic war dann da, alle, also die ganzen, Sascha Krale und so, haben mit denen schön eingesoffen und so, also supergeilen Abend gehabt. Ey, dann müsst ihr euch vorstellen, das Beste, das standen wir drei dann nachher da, wir kommen ja nach Hause. Ja, aber das war gerade meine Frage, stehst du mit so einem Haufen Schrott da vor der Tür, der wie so ein Flipperball durch die Leitplanken geflogen ist, so, ne? Ja, ja, jetzt müsst ihr, pass auf, jetzt müsst ihr euch vorstellen, weißt du, Licht geht an in der Disco, ne? Jeder eine Lady im Arm und so, ne? Dann heißt der, wie, wie fahren wir denn nach Hause? Sollte, ja, ich fahr, Alter. Und wir so, Alter, du, die Karre fährt doch gar nicht, weil da schleift doch alles und reift kaputt und so. Die so, nein, ich fahr, scheiß drauf. Und dann haben wir wirklich, müsst ihr euch vorstellen, watscheln wir zu dritt über diesen Parkplatz, probieren die Türen wieder aufzukriegen, weißt du, so, bumm, und reißen so, setzt uns in diese Karre, die Karre springt an, alles ist am Pfeifen und am Dampfen. Und dann hat der uns wirklich noch nach Hause gefahren und mir wurde gesagt, also ich war wirklich schon so hackedicht, dass ich die ganze Fahrt den Außenspiegel festgehalten hab, weil der nix gesehen hat, weil wir hatten ja keinen Innenspiegel, wir hatten keinen Spiegel, er musste das Lenkrad immer gegensteuern, weil die Spur komplett im Arsch war. Alter. Und dann hat der uns wirklich diese, also wir waren bestimmt 10 Kilometer nach Hause gefahren mit dieser kaputten Karre. Boah. Bitte, bitte, bitte nicht nachmachen. Ich wollte gerade sagen, das ist, ich weiß nicht, okay. Ja, aber das muss man schon sagen, bei allem Witz, naja, man hat doch echt Schwein gehabt, Alter. Da haben wir wirklich Schwein gehabt, ganz, ganz dumme Geschichte, es ist niemandem was passiert, also es gab auch keinen, also anderen ist nichts passiert, uns ist nichts passiert, außer Blechschaden, die Karre war natürlich total schaden, die konnte abgeholt werden, das war alles im Arsch, es ist auch nichts nachgekommen, also es ist alles gut gegangen, manchmal macht man ja solche Dummheiten und denkst du, Alter, aus der, weißt du, einen Schritt zurück, aus der Entfernung betrachtet, denkst du, wie dumm kann Was hätte denn da alles passieren können, was hätte denn da alles passieren können, aber ist nicht und irgendwie jedes Mal, wenn wir uns treffen, dann geht's immer, bück dich. Und dann hab ich das Gefühl, bumm, 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 links, rechts, rechts, links. Und wie wir dann so vor dem Schrotthaufen stehen und sagen, naja, klar fahr ich euch auch nach Hause. Aber super, 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 nach diesem Moment der Stille von hinten dann nur kam. Wir fahren aber neue Supermax, ne? Das war der beste Moment. Aber das waren ja die zwei, das waren ja diese zwei, drei Sekunden Momente, wo erstmal, wo der von hinten gefragt hat, Rufer, und dann sag ich, ja klar. Ja, und dann so, dürfen wir uns jetzt freuen, oder war das jetzt irgendwie so, und dann alle, yeah, und alle drei, yeah, auf Supermax, Party. Geil. Oh Mann, Alter. Ach, das war, ach, der junge Schwedis, ey, 1997, ey, überleg dir das mal, 1997, ey. Krass. Aber das haben ja auch viele, haben ja, haben ja uns auch angeschrieben, ey, erzähl doch mal so ein paar alte Messe-Stories und hin und her, und ich muss sagen, das ist doch eine Story, wo ich eh mal dran denken muss, da muss ich mich echt kaputt lachen, das war einfach so lustig. Aber wirklich, also, jetzt hört auf, mir irgendwelche, äh, Mails zu schreiben, wie unvernünftig das ist, das weiß ich selbst, also, von daher, ich kann's jetzt auch nicht wieder gut machen, ist halt passiert, und niemand ist was passiert. Das ist das Bischigste. Und die Story von Wundschuh, da, die muss man, die müssen wir mal erzählen, wenn der Braunsinger noch mit drin ist. Die recherchieren wir nochmal nach. Ja, entweder, wenn der Braunsinger mit drin ist, oder wir erzählen's nochmal zusammen, schneiden's rein, oder wie auch immer, das, das müssen wir machen. Ach, die Gute. Junge, 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 Junge. Ja, man, 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 Schwedis, man, 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 ihr Trottel. Aber gut, aber, ey, Verteilerkappen waren das auf jeden Fall nicht, die Schrottwaren, wa? Ach ja, da war ja auch nochmal was. Nee, nee, ich hab's auch nix, ich bin noch nicht an den Motor gegangen, wollte da irgendwie den Mechaniker spielen, also das nicht. Spaß, die. Ach, herrlich, herrlich. Ja, Jungs, jetzt von den chaotischen Messegeschichten hin zum, wer war denn angeln von euch? Chaotische Angelgeschichten, juhu. Ich bin raus, ich kann nix berichten, ich war nicht. Er hat so viel gefangen. Du bist ja auch satt. Er hat reich für drei Jahre. Ja, aber ich hab ja, ich steck ja in der Planung für meinen großen Angeltrip, meine großen Angeltrip. Der Suhr hat ja noch was ganz Besonderes vor. Jawoll. Spoiler doch mal ganz kurz, was du machst. Anschneiden sollten wir es mal jetzt kurz, ja genau. Was passiert denn eigentlich nach, wenn wir Wallau überlebt haben? Also wenn, sag nochmal, wenn wir Wallau überlebt haben. Wollen wir nochmal ganz deutlich betonen. Wenn du da sitzt und sagst zu Maren, wir fahren noch, oder? Wir fahren noch. Darf ich noch? Nimmst du mich noch mit? Nein. Nein, also ich hab wirklich, ich hab, glaube ich, auf keiner Messe das Gefühl nicht gehabt, dass ich so dachte, oh, irgendwie hab ich Bock angeln zu gehen. So von der Messe aus, hab ich immer so gedacht. So, oh, jetzt von der Messe aus, man ist so im Kino. Jetzt irgendwie ist geil wegfahren und irgendwie einen geilen Trip machen und so. Und es ist auf jeden Fall so, dass wir, ja, dieses Jahr von Wallau aus in Richtung Süden starten. Frankreich, Frankreich, Spanien und dort Dezember, Januar, Februar, März, vielleicht sogar noch bis Anfang April verbleiben. Und, ja, primär angeln und kiten den ganzen Winter. Dem Winter entfliehen in Deutschland. Ist ein Arschloch, oder? Ja, find ich auch nicht in Ordnung. Muss ich ganz ehrlich sagen. Lange, lange drauf hingefiebert, hingearbeitet. Und, ähm, Marian, ich bin Ende März mit meiner Schwester, Schwager und meinen Neffen in Lanzarote. Ey, kommst du mal rüber geflogen? Kommst du mal rüber gefahren? Kommst du mal rüber gefahren? Kommst du mal rüber gefahren, genau, ja. Nein, es ist ja so, wir hatten jetzt einfach auch, ich sag mal, das Glück, dass ja hier unser guter Heiko von der Caravanwelt Nord, der ja auch hier unser Partner ist, mit dem war ich halt in Kontakt und hab dann mit dem, ja, da quasi ein Arrangement getroffen, der uns halt hier auch einfach die Möglichkeit gibt und sagt, so, passt mal auf, ich weiß zwar, ihr habt zwar ein Reisemobil, aber, äh, ich sag mal, der Van, den wir haben, der ist halt einfach nicht für so lange Trips, ist der halt ausgelegt, ja. Ähm, ja, und der uns da halt angeboten hat, so, passt mal auf, wir können da was machen und ich komme euch entgegen und, ja, wir jetzt morgen nach Hamburg fahren und unser, ja, rollendes Zuhause für die nächsten Monate dort empfangen dürfen und da freuen wir uns natürlich, ja, freuen uns halt riesig, ne, ich bin halt, oder wir sind halt unfassbar aufgeregt, ich, äh, denke die ganze Zeit nur so, okay, scheiße, wie zur fucking Hölle plant man so einen langen Trip, also gerade, weil es halt so Teckel angeht und Verbrauchsmaterial und Futter und, 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 ja, und ich bin halt einfach super gespannt, wie es wird, ne. Und weiß gar nicht, wo wir hinfahren, weiß gar nicht, wo wir hinfahren, keine Ahnung. Also das heißt, für die Hörer jetzt schon mal, die nächste Folge, äh, nimmt der Marian on the road auf. Ja, die nächsten Monate. Wollte ich gerade sagen, danach werden wir, ja, ja, wollte ich gerade sagen, danach wird dann, wird dann quasi bis zum, bis zum Frühjahr, wird der Marian aus warmen Gefilden zu uns sprechen. Ja, hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich warme Gefilde. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, ob ich das ertrage, weil ich, ich kriege ja eh schon eine Macke, wenn es um 17 Uhr dunkel wird, so, dann kommt wieder der Winterblues. Also, Marian, wenn er bei dir zu schön ist und bei uns zu hässlich und es hier vielleicht noch richtigen Winter gibt und es zufriert, muss ich ehrlich überlegen, ob ich mit dem Peter nicht die eine oder andere Folge alleine aufnehme, weil ich kann, weißt du, wir sitzen hier so, ne, Kamin ist an, du traust dich, du hast ja nicht mal Lust, rauszugehen, eine Mülltonne vor die Tür zu stellen und du sitzt da im T-Shirt, Alter. Ja, wow, super. Ja, wirklich. Ja, wie gesagt, also super, super aufgeregt auf das, was da kommt, was uns bevorsteht. Keine Ahnung, wo es uns hinverschlagen wird. Das ist aber auch irgendwie so gerade halt das, das Geile und natürlich habe ich mir so ein paar Gewässer ausgesucht, die ich halt gerne besuchen würde, ob wir am Ende des Tages da hinfahren, mache ich tatsächlich alles wetterabhängig, auch so der erste Stopp, also ich werde Sonntagabend oder Sonntagnachmittag mich ins Auto setzen, gucken, wie das Wetter an, ja, in den jeweiligen Regionen ist und dann fahren wir da hin, ja, und dann gucken wir, was abgeht. Wow, geil. Ja, voll geil, voll geil. Also Heiko, an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank. Wir sehen uns ja morgen und ja, ich bin total aufgeregt. Ich freue mich. Fett. Da bin ich gespannt. Da wird ja, wird es ja einiges zu berichten geben, ey. Geil. Jawoller, jawoller. Gut. Schwede, Schwede guckt so. Ich wollte gerade sagen, der Neid ist jetzt auch so gut. Achso, apropos, wollte ich noch was fragen. Ich könnte das jetzt eigentlich machen, ich wollte das eigentlich nicht hier an öffentlicher Stelle machen, Peter, aber leist mir deine Drohne. Hat sie die mit der Wallow bringt, darfst du die mitnehmen. Kauf dir doch eine. Leih mir deine doch. Warum denn? Du nutzt die eh nicht, die liegt da hinten hoch. Ey, wenn du so viel Geld hast, bis April dir einfach auf Reisen zu gehen, kannst du dir auch eine kaufen. Ist ein Argument, ne? Ja, ist ein Argument. Ist ein Argument. Ist ein Argument. Aber wer sich zwei Costa-Brillen leisten kann, der kann doch ruhig mal seine Drohne verleihen. Der kann doch nur guten Freunden bei der Drohne verleihen. Jetzt haben beide wieder ein bisschen Recht. Weiß nicht, soll ich würfeln und entscheiden, was passiert? Ach ja, geil. Ja, geil. Gut. Ja, ich bin jetzt so von Neid zerfressen. Kommen wir doch zu dem, was jetzt in letzter Zeit hier passiert ist. Ich kann mir jetzt gerade reden über Sonne und Spanien, während wir hier im kalten Deutschlands sitzen, den wir länger anhören. Ich werde nicht depressiv. Dann warte erst mal ab. Lass uns da erst mal fahren. Wer weiß, was passiert. Wer weiß, was passiert. Vielleicht hören die auch pücklich. Du vielleicht fährst du direkt mal in die Leihplanke rein. Ja, ja. Hör ab in den Supermax. Heiko wird sich bedanken. Ah ja, das wird schon. In Magdeburg sehen wir uns ja wieder. Also dementsprechend auf jeden Fall die letzten Tage oder letzten anderthalb Wochen nur mit Planung und Vorbereitung getroffen. Dementsprechend kein Angeln bei mir. Muss aber jetzt auch ehrlich sagen, ich bin jetzt auch nicht so hype und denke mir so, ich muss jetzt unbedingt noch hier zu Hause angeln gehen, wenn ich weiß, dass ich in zwei Wochen die nächsten Monate irgendwie nur angeln gehe und kiten kann und so. Also dementsprechend. Reicht jetzt. Reicht. 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 Was geht bei euch so? Erzähl mal. Wart ihr? Geht ihr? Schwedis. Was macht ihr im Winter? Ja, Peter, du tust doch dieses Teams-Meeting immer organisieren. Also du bist ja der Einlader hier. Du hast doch auch die Macht, in das einfach rauszuklicken, oder? Können wir uns bitte zu zweit weiter unterhalten? Ich glaube, schlimmer ist, wenn man einfach missachten. Wir strafen ihn mit Missachtung. Einfach nur missachten. Wir strafen ihn mit Missachtung. Ja, erzähl, was ging. Aber weißt du, wer so gehässig da schon hier uns unter die Nase reibt, der wird schon bestraft. Warte ab. Schwedis betet wieder Drama herbei. Ich schicke dir eine Postkarte. Jeden Morgen. Jeden Morgen schickst du dir dann eine Postkarte. Reicht das Geld noch dafür? So ein Selfie. Ja. Ich schicke dir jeden Tag dann Drohnenaufnahmen. Auch nicht schlecht. Ja, du, wer war angeln? Also ich war die letzten zwei Wochenenden wieder angeln. Und ich habe ja in der letzten Folge berichtet, dass die Bisse so ein bisschen nachgelassen haben. Und ich dann ja diese Fischspy-Kamera für mich entdeckt habe, die ich so vier Jahre im Keller liegen hatte und dann ausgegraben habe. Und ich habe ja gesagt, wo wir letztes Mal aufgenommen hatten, dass ich am Folgetag dann da hinfahre und mir das mal angucke, was da unten los ist unter Wasser. Und da lagen noch, ich würde mal sagen, Bruchstücke. Also es war halt nur noch so ein ganz, ganz klein bisschen Futter war schon noch da. Aber man hat auf jeden Fall gesehen, dass die Fische wieder gefressen hatten. Dann habe ich dezent nachgefüttert und so ein bisschen auch dann Groundbait und dieses Liquid-Blood-Warm mit diesen frischen Zuckmücken-Larfen. Weil ich gedacht habe, so komm, irgendwie mal, einfach mal was umstellen und mal gucken, ob man das irgendwie nochmal ein bisschen aktiviert bekommt. Und bin dann drei Tage später wieder zum Angeln gefahren und dann habe ich das erste Mal da geblankt. Da ging dann gar nichts. Dann war jetzt so die Spannung, die Spannung war jetzt so, dann habe ich gesehen, die haben gefressen, dann habe ich wieder richtig geile Schmackofazis da reingeknallt, dann war ich angeln, dann habe ich geblankt. Ja, wir sind ja ehrlich hier, das passiert mir selten, weil ich bin ein guter Angler mit schlechten Gewässern. Und das sagen wir so, ich muss immer sehr weit fahren, um irgendwie an gute Gewässer zu kommen. Du bist ja ein besserer Autofahrer als Angler. Und zumindest bin ich bereit, sehr viele Kilometer zu schrubben. Naja, gut, bleibt einem ja auch nichts anderes übrig. Ja, das war dann eine Nullnummer. Und das war dann auch so ein bisschen so, ja, und dann war natürlich guter Rad teuer. Ich meine, ich bin jetzt auch niemand, der sich da von einem Wochenende ohne Fisch so aus der Bahn werfen lässt. Aber mit dem Aufwand, der da mit einher geht, so, ne, mit dieser vielen Fahrerei und so, das ist halt wie gesagt jetzt nicht mal gerade um die Ecke. Gut, dann habe ich mich drei Tage später wieder dahin begeben, habe wieder diese Kamera reingeworfen und es sah wieder so aus. Es war fast alles weg, aber so ein ganz klein bisschen lag da da. Es waren definitiv wieder Fische da, die gefressen haben. Und ich denke, gut, give it a try. Nochmal leicht nachgefüttert, nicht viel. Und dann bin ich, das Wochenende konnte ich nicht angeln und dann bin ich sonntags losgefahren, sonntags bis dienstags. Habe dann auch so schnell die Pakete gepackt, die übers Wochenende reinkamen, habe dir diesen Paketraum gestellt, wo der DPD die rausholen kann. Dann kannst du mit gutem Gewissen auch mal sonntags bis dienstags angeln fahren. Und habe dann aber vorm Angeln diese Kamera nicht reingeworfen, weil ich irgendwie so, ich hatte eigentlich ein gutes Gefühl dabei. Und wenn ich jetzt diese Kamera da reinwerfe und das liegt noch da, dann hast du ja den Abturn des Lebens so. Dann bist du wieder anderthalb Stunden Auto gefahren und eigentlich kannst du dann ja auch wieder gerade heimfahren. Habe dann geangelt ohne zu gucken, habe ganz, ganz wenig gefüttert und habe wieder geblankt. Ja, auch schön. Ja, gut. Und dann habe ich aber wieder die Erkenntnis von davor auch. Ja, normalerweise kommen die rein, machen leer und gehen wieder, wie mein Kumpel Marek immer so schön sagt. Die kommen rein, machen leer, gehen wieder. Liebe ich den Spruch, das ist so geil. Die kommen rein, machen leer, gehen wieder. Nee, ich habe mich dann echt zurückgehalten auch mit dem Füttern, weil ich bin da nicht auf den Kopf gefallen. Und es hat dann leider nichts gebracht. Ich habe dann auch verschiedene Sachen nochmal ausprobiert. nochmal mit Singkern seit langem, auch geil. Ich habe ja letztens darüber geredet, dass ich so viele Pop-Ups geangelt habe. Das ist für mich mittlerweile total ungewohnt, so eine Bolli-Nadel zu benutzen, weil ich ja nur noch diese Pop-Ups dran schraube. Ich schraube, ja. Ja, ich habe echt gedacht, krass, wie lange ich keine Bolli-Nadel mehr in so ein Bolli reingeschoben habe. Ja, hat alles nichts gebracht und dann habe ich für mich auch beschlossen, das dann sein zu lassen. Du musst auch mit den Korksticks anfangen, Maui. Ja, und das reißt du draus, oder was? Ich habe das ja auch. Schwedis, hast du nicht auch letztens gesagt, dass du das schon mal machst? Mit den Korksticks? Was denn? Mit den Korksticks in die Bollis. Um die so ein bisschen... Ja, das mache ich bei den Tigernüssen. Oder bei den Tigernüssen machst du das, genau. Ich habe das nämlich letztens auch bei den 24ern und 35ern gemacht. Um die ein bisschen leichter zu machen, oder was? Naja, ich habe mich aber nie wirklich so daran getraut, weil ich das immer so... Ich finde immer, wenn ich eine Köderpräsentation oder einen Köder hässlich finde, finde ich das nicht geil zu angeln. Weil ich mir einfach denke, das sieht Schrott aus. Das sieht nicht geil aus, also finde ich Fisch halt auch nicht geil. Dann will ich das auch nicht angeln. Weil ich finde, wenn du da so ein Korkding drin hast, das sieht einfach so billig aus, das sieht einfach so unnatürlich aus. Aber dann habe ich darauf ein paar Fische gefangen, jetzt finde ich das geil. Ich wollte doch sagen, das sind Karpfen, aber du meinst, die gehen da mit der Brille dran und gucken, wie sich das so genau haben. Nein, natürlich nicht. Aber das ist halt so einfach dein eigenes Feeling. Grundgefühl. Ja, ja, genau. Nico hat mich da auch so ein bisschen geinfluenzt mit diesen Korksticks. Ich habe mir immer gedacht, so was für ein Bullshit, ne? Aber wenn du da mal wirklich so zwei identische Hakenköder an zwei Ricks mal so ins Wasser reinhältst und in einem einen ist halt so ein kleiner Korkstick drin, das bewegt sich schon anders. Das ist schon was anderes. Also du meinst, du sollst immer hinfallen und Korksticks ausprobieren, ja? Ist das jetzt dein Rat, oder was? Probier mal. Das ist deine Erkenntnis, ja? Give it a try. Give it a try. Give it a try. Dann wollte ich dieses Wochenende eigentlich mit dem, oder eigentlich letztes Wochenende, weil heute ist Montag, mit dem, ja, von dir gerade erwähnten Nico angeln gehen. War lange geplant. Wir hatten drei Nächte und wir haben uns so heiß gelabert, weil wir auch lange oder länger nicht mehr zusammen angeln waren und wir hatten beide so Bock. Und dann, ja, fängt der Junge sich hier Corona und war krank. Ja. Dann ist Angel leider ausgefallen. Ich hab noch überlegt, ob ich noch irgendwie irgendwo anders dahin fahr, aber ich hab auch wirklich viel Arbeit aktuell, so mit diesem ganzen Messekram und so auch. Und hab gesagt, komm, dann bleib bis zum Wochenende daheim, arbeite ein bisschen was. Ich muss jetzt echt überlegen, ob ich nächstes Wochenende nach irgendeinem anderes Gewässer mal auf spontan angreife oder es bis Wallau gut sein lasse. Das mach ich so ein bisschen davon abhängig, wie hier die Woche arbeitsmäßig läuft, damit ich mal sehe, wo ich so in etwa stehe mit der Vorbereitung für die ganzen Messen. Wenn ich mit einem guten Gewissen weg kann, dann mach ich mich nochmal irgendwie zwei Nächte irgendwo hin. Ja. Hat nicht sollen sein da. Und jetzt gucken wir mal, was der Rest des Jahres noch bringt. Wenn das Wetter so bleibt, wie es jetzt die ganze letzte Zeit war, dann können wir ja, glaube ich, noch ein bisschen angeln gehen. Und ja, das war jetzt nicht ganz so glorreich, aber mal wieder eine Erkenntnis. Aber du warst tüchtig. Ja, ich war auf jeden Fall tüchtig und ich hab diese Kamera so lieben gelernt jetzt, was dieses Uferangeln, Werfangeln anbelangt, dass du dann auch da so ein bisschen Kontrolle machen kannst. Und das ist einfach aufschlussreich, weil ich ohne diese Kamera wahrscheinlich auch mehr gefüttert hätte. Das ist halt einfach dann nochmal schon interessant zu sehen. Und da siehst du dann nochmal, wie wichtig es auch ist und auch irgendwie so ein bisschen auch in der Verantwortung von einem liegt, finde ich, sich das ein bisschen anzugucken. Ja, absolut. Schönes Schlusspedulier. Das ist der Rest. Ja. Gut. Peter. Piotr. Ja. Ja. Was soll ich erzählen? Ich hab eine neue Stelle am Main ausprobiert, zweimal geblankt. Ach, da war es gemeinsam. Peter. Ja. Also ich kann auch keine Erfolgsgeschichte erzählen. Wie so oft ist dann irgendwann dann so bei der Flussangelei dann so im Spätherbst, sag ich es mal, im November, dann irgendwie auf einmal Schluss. Von jetzt auf gleich. Ich weiß auch nicht, was dann passiert, aber Schluss. Letztes Wochenende hatte ich dann noch gedacht, es funktioniert irgendwie noch in irgendeiner Art und Weise, weil ja überall extremes Hochwasser war. Aber am Main ging es noch einigermaßen, bis aber dann der Thomas und ich dann mal die Fließgeschwindigkeiten uns angeguckt haben. Das war dann, die lag wohl normalerweise bei 100 immer so, ne. Und letztes Wochenende lag sie dann bei 500, ne. Ui. Und der Main geht da nicht höher, ne. Der wird halt dann nur braun und du kannst halt einfach nicht angeln. Er wird schneller, ne. Wird einfach nur schneller, ne. Also ich meine, es ging noch, weil wir in so einem leicht beruhigten Bereich gehangelt hat, aber was halt krass war, du hast durch dieses schnelle Wasser gemerkt, dass die Haken stumpf werden. Also mehr Bewegung halt, ne. Klar. Da ist so krass Bewegung auf einmal. Das habe ich sonst noch nie gehabt, weil ich auch nie bei so schnellem Wasser geangelt habe. Wenn ein Schiff da vorbeigefahren ist, gerade wenn das von unten nach oben gefahren ist und dann noch voll ist und dann noch ein bisschen schneller fährt, dann ist das Katastrophe, ne. Ja gut, die Haken, die fliegen ja da rum wie ein Auto zwischen zwei Leitplatten, ne. Also wirklich, also auch wenn es vier, fünf Meter tief ist, Katastrophe, ne. Und ich habe dann jedes Mal wieder reingeholt, weil das hat sich so viel bewegt, dass du kein gutes Gefühl hattest. Und jedes Mal waren diese Haken stumpf, egal welche du drangehängt hast. Jetzt hört bitte auf mir Tipps zu geben, mit was wir haken. Also es waren jegliche Modelle in jeglicher Schärfe und Ausführungen. Also es hat, das war echt krass, ne. Vielleicht hätte man beim Auswerfen irgendwelche weichen Spots suchen müssen, aber die sind da irgendwie auch nicht so richtig vorhanden. Aber ich habe es jetzt aufgegeben. Ich habe jetzt heute, bin ich zu dem Makrelenhändler meines Vertrauens gefahren, habe zehn Makrelen geholt, habe auch direkt heute drei Stück angefüttert. Und ich würde einfach sagen, Peter Peiker ist, Peter Peiker ist in the game. Ich finde, das fährt echt zum Lack, Alter, und fütter Makrelen auf, finde ich super. Auch geil. Der Makrelenhändler meines Vertrauens, Makrelo Escobar. Ja, Makrelo Escobar. Der verpackt dir dann auch mit so Packband eingebundenem Päckchen, ne. Also Freitag werde ich rausgehen, zwei auf Karfen und eine dann halt auf Hecht, auf Deadbait. Oh, liebe Hörer, Peter Peiker ist back im Hashgame. Geil. Jaja, was ich mir noch neu geholt habe zum Hechtangeln ist, dass du in, also du halbierst das ja, ne, die Makrele, und dann gibt es so einen Stopfen, den steckst du da rein, damit das halt hoch, also ist so ein Kork oder so ein Schaumstoff. Der so ein bisschen hochpoppt, ne? Dass das so ein bisschen hochpoppt. Das hab ich mir jetzt mal geholt, werd ich mal ausprobieren. Siehst du, Mario hat eben noch die Korksticks erwähnt. Ja, ja, die Korksticks, die sind vielleicht zu schwach dafür, ne. Das werd ich mal ausprobieren, also ich halte euch auf dem Laufenden, in Wallau bin ich schlauer, wir werden ja nach Wallau dann die nächste Folge aufnehmen, für die, die nicht in Wallau sind, werd ich das dann im Podcast kundgeben. Geil. Schön. Ja, Leute, soviel zum Thema Werberangeln. Die letzten zwei Wochen waren wirklich nicht erfolgreich. Ich für alle. Viel Regen, alle Scheiße, deine Elli. Ist so. Ist so. Gut. Ja, Jungs, machen wir noch ein kurzes Poise und dann gehen wir zur Hörerfrage. Das klingt gut. Also, bis gleich. Ciao. Dass der Mario da mal was zu tun hat. Also, ciao. RG Fishfeed.de Seit 18 Jahren ehrliche und fängige Baits, die heute vom Markt nicht mehr wegzudenken sind. Bei Klassikern wie dem Knoblauchfischboily, All Mighty, oder extravaganten Kreationen wie dem Leberbananeboily, Liver B, wird jeder fündig. www.rg-fischfeed.de Bei Engling Direct findet ihr eine riesige Auswahl tausender lagernder Produkte, fette Rabattaktionen, schnellen Versand und regelmäßige Verlosungen hochwertiger Preise auf den Social Media Kanälen. www.englingdirect.de Herr Sura. Wir sind zurück. Wir sind zurück. Ui, habt ihr beide gleichzeitig. Ich darf es so sagen. Mehr möchte ich nicht. Ja. So. Ja. Doch. Ja. Und Jül. Siehste? Da war es schon wieder. Ist wieder rausgerutscht. Ja, ja. Furchtbar. So. Haltet euch fest. Final. Da war es wieder. Es geht wieder rund. Wir kommen zur Rubrik des Abends. Ich will das eigentlich für mich heute mal nicht sagen. Aber. Doch, musst du aber. Ja, weiß ich. Ist dein Job. Wie ihr euch sicherlich alle noch erinnern könnt, haben wir ja dank unseres guten Freundes Markus, Sippel, Mai, noch zwei Freikarten plus einen 100 Euro Gutschein für das Messewochenende zur freien Verfügung. Kapi Merch kaufen davon. Richtig. Oder Bier? Also eigentlich nicht zur freien Verfügung. Richtig. Eigentlich gilt er nur für Bier oder Kapi Merch. Ist eigentlich egal, ob wir jetzt Kapi Merch kaufen, wir davon Bier kaufen oder ihr direkt Bier kaufen. Das ist eigentlich egal, ja. Wir gehen auch bloß alles in die Biertheke. Aber entscheidendweise. Also. Wir kommen zur gepickten Hörerfrage. Die Hörerfrage. Gute Kapi Crew. Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie wir auf die Karp Expo. Wie ist die Stimmung zwischen euch Ausstellern? Gibt es einen großen Konkurrenzkampf? Wie sehen eure Vorbereitungen auf die zwei Tage Expo aus? Lohnt sich der Aufwand und die Kosten für euch? In diesem Sinne, allen da draußen stramme Schnüre und Petri Heil. Die Frage wurde gestellt von Fischhunter unterstrich 069 unterstrich Gogi. 069. 069. 069. 069. 600 SL. Falls der ein oder andere sich jetzt fragt, warum die Frage jetzt wieder so messetypisch ist. Wir haben in der letzten Folge ja auch explizit dazu aufgerufen, dass wir jetzt in dieser Folge halt auch eine Hörerfrage nutzen wollen von Besuchern, die halt auch zur Karp Expo kommen, aufgrund des Preises, den wir halt vom Messeveranstalter bekommen haben. Also wundert euch nicht. Ja, Jungens, wo fangen wir an? Tja. Ich würde sagen, Maui fängt an. Der hat glaube ich auch so die meiste Erfahrung. Die meiste Messe-Erfahrung, ja. Die meiste Messe-Erfahrung. Sind da, waren jetzt eigentlich so ein paar Fragen in einem, ne? Also die Stimmung untereinander? Entschuldigung, erstmal natürlich herzlichen Glückwunsch. Ach ja, genau. Glückwunsch. Also herzlichen Glückwunsch und ja, wir sehen uns dann, ne? Samstag oder Sonntag mit Bier. Also wir erwarten Großes von dir, ne? Und ich sag mal so, wenn wir dafür sorgen, dass du was geschenkt bekommst, bring Geschenke mit. Also über all die Jahre, die ich da mit Joker Bates auf den Messen war, also so diese Grundstimmung würde ich schon mal sagen, die ist eigentlich immer gut. Also da ist jetzt, klar, du hast immer, wie es auch überall im Leben ist, wo viele Leute aufeinandertreffen, hast du natürlich immer irgendwie Leute, mit denen du eine gute Connection hast und eine schlechte, aber ich glaube, außer wenn so privat die Fronten verhärtet sind zwischen zwei, drei Leuten, das kriegst du da eigentlich nicht mit. Also eigentlich sagt sich da jeder vernünftig, hallo, man quatscht miteinander, trinkt ein Bierchen, ist eigentlich immer cool und irgendwie freut man sich auch immer wieder diese, das ist ja wie so ein Wanderzirkus. Ja. Hast ja immer so einen gewissen Schlag Leute, die halt auf diesen ganzen Messen dann immer sind. Klar hast du immer einen, der dann mal nur auf dieser einen Messe ist und so, aber so im Grundprinzip würde ich mal sagen, so 90% dieser Leute sehen sich dann ja immer wieder. Da merkst du jedes Mal wieder, oh fuck, schon wieder ein Jahr den Rhein runtergelaufen, ey. Zwei, drei graue Haare mehr. Und trotzdem muss ich sagen, also so, dass da jetzt irgendwie Neid herrscht oder dass man irgendwie denkt, ah hier, den will ich, das ist eigentlich, das muss man schon sagen, das ist schon immer ein guter, ein guter Vibe und die Leute sind auch alle einfach sehr locker, ne, diese ganzen Ausstelle. Da ist jetzt kaum jemand dabei, wo du irgendwie sagst, boah, der hat einen schweren Stock im Arsch und so. Ist eigentlich eine ganz gute, im Großen und Ganzen ist das eine sehr lustige Gruppe an Leuten, die da so zusammenkommen. Wie das Ganze sich lohnt, ist natürlich immer eine Frage, wie man so eine Messe berechnet, ne. Also ich hab das auch mit Joker halt immer so gesehen und ich seh das auch immer noch so, dass es jetzt nicht mal nur unbedingt um das Geld in der Kasse geht, sondern vielleicht auch einfach sich da zu zeigen, den Leuten zu zeigen, was man so im Programm hat und auch grad mit Boilies ist das auch dann, je nachdem wann die Messen sind im Frühjahr, ist das wieder ein bisschen was anderes. Also sag mal so in Berlin hab ich zum Beispiel immer, weil das war dann ja immer Ende Februar, einen anderen Boilie-Umsatz wieder im Dezember in Wallau. Was ja auch glaube ich logisch ist, weil wer macht sich im Dezember den Keller voll und man muss aber wirklich eine Sache sagen und das haben wir glaube ich auch schon mal angesprochen. Ich finde so manchmal, das liest du ja auch oft im Internet oder öfter, diesen Grundtenor, so dieses, ja, das lohnt sich ja gar nicht, da gibt's nicht hier, also im Internet ist das ja billiger und so. Also man muss halt mal wirklich sehen, was dahinter steckt, ne. Ich kann jetzt sogar nur von mir im Relativ-Kleinen reden, aber jetzt überleg mal so jemand wie jetzt Herr Rieden, der da irgendwie da hunderte Quadratmeter hinzimmert in Wallau oder wer auch immer sonst mit großen Ständen kommt. Die fahren ja mit, ich mein, wir bieten Sprinter, der kostet auch Geld, so, ne, aber du holst LKWs, du brauchst Hotels und die Jungs müssen alle was essen. Also wenn du mal wirklich mal guckst, was ist alleine, sag jetzt nur mal, nehm mal das Beispiel, das ist mit Joker, du bist mit sechs Leuten, das sind drei Hotelzimmer, die müssen alle abends was essen im Restaurant und du kannst, ihr wisst ja auch alle, wenn du mit sechs Leuten ins Restaurant gehst, zwei Abende, machst du nicht mit dem Fuffi, ne, das kostet halt richtig Kohle, die müssen schlafen, die müssen auch irgendwie Spritgeld bekommen und sowas, du hast halt einen enormen Kostenapparat an der Backe, dann musst du auch sehen, der Stand kostet Geld und wie gesagt, ne, Transporter, Sprit, Hotel, Essen gehen, das summiert sich unglaublich und was ich dann dabei auch immer wieder sage, ist, du musst noch mal eine Sache bedenken, 19 Prozent oder vielleicht mit Boilies dann, weil es anders verschont wird, ist sieben Prozent, aber erstmal, grundsätzlich gehören erstmal 20 Prozent von allem, weil du verdienst Papa Staat. So. Dann machst du noch gute Preise, auf der Messe willst du irgendwie ein bisschen Angebote machen, also, es ist nicht so, dass man das Geld mit der Schubkarre da rausfährt, was halt oft so wirkt auf die Leute, wenn du da nicht so ein bisschen tiefer drin bist. Ich muss da auch wieder so an meine Veranstaltungen denken, wenn du so eine Halle voller Leute hast und die sagen, oh, der Kaulbacher dort Abend da hier eintritt, nehmen die Taschenrechner raus, rechnen und sagen am Ende, hier hast du Unsummen verdient, was das Ganze aber auch Unsummen kostet, das kann man so schön miteinander vergleichen, diesen Kostenapparat im Hintergrund, den hast du halt erstmal auf dem Schirm, wenn du es wirklich gemacht hast. Ja. Und ich finde, ich bin einfach froh um jeden, der da hingeht und sich diese Arbeit auch macht, um den Leuten da eine geile Messe zu bieten und dann habe ich so ein, zwei Szenen erlebt, bei mir Gott sei Dank nicht, weil ich einfach dann auch mit meiner eigenen Marke da bin und so, aber ich habe da Dinge erlebt, wo Leute dann so am Messestand das Handy rausholen und sagen, ja, guck mal hier, aber das kostet ja im Internet, ist das ja noch drei Euro billiger wie bei dir. Und das war immer so ein Ding, weil ich weiß nicht so, ich könnte das nicht, muss auch jeder, gewisse Leute haben da vielleicht auch eine andere Schmerzgrenze, ich denke halt immer, sei doch froh, dass dir hier sowas geboten wird, am Ende des Tages zwingt dich keiner das zu kaufen, nur du musst halt einfach sehen, dass man irgendwie wenigstens so ein bisschen kostendeckend arbeitet und es ist weitaus mehr Kohle, die du da investierst, als man das vielleicht als Außenstehender denkt. Das kann ich schon mal so sagen. Und selbst auch bei Carpi, wenn man überlegt, ihr wisst ja selber, was uns der Spaß gekostet hat. Das kostet halt einfach Geld. Genau. Und wenn du dann nach Steuern mal wieder in die Kasse guckst, dann machst du noch gute Preise, also das ist jetzt nicht so, dass das irgendwie so ein krasser Business Case ist, ist, dass du denkst, oh, jetzt aber dieses Wochenende Messe und dann habe ich wieder drei Monate Ruhe. Ja, am Arsch. Nein. Ich glaube auch wirklich, da muss man halt auch wirklich nochmal genau sagen, natürlich liegt der Hauptaugenmerk an so einem Wochenende da drauf, halt auch einfach die Leute zu treffen und einfach da auch eine geile Messezeit zu haben, aber am Ende des Tages will halt jeder Händler und Aussteller dort halt werben oder halt verkaufen. so, weil keiner macht es ja wirklich nur aus Spaß, sondern die leben davon und müssen halt auch irgendwo Geld verdienen und ich sage mal, das ist natürlich bei uns jetzt was anderes. so, wir haben natürlich einfach das Glück und das Privileg mittlerweile, dass wir halt an so einem Messewochenende dort ausstellen, aber halt einfach in einer ganz anderen Art und Weise. So, natürlich kostet uns auch so ein Wochenende viel Geld, aber wir sind natürlich nicht so gezwungen und getrieben, dort halt von morgens bis abends zu stehen und müssen unbedingt irgendwie diese ganzen Umsätze dort halt irgendwie wieder, also dass es sich halt rechnet. Natürlich muss es das ein Stück weit auch, weil auch wir müssen halt hier auch ganz klar sagen, ja, wir machen das aus Spaß, aber die Kosten, die wir halt hier reinstecken, um halt jedem Einzelnen von euch hier alle zwei Wochen gratis diese Folgen halt um die Ohren zu hauen, die müssen ja auch irgendwo gedeckt werden. so, und natürlich verkaufen auch wir, aber einfach, und da muss ich auch echt sagen, glücklicherweise, nicht mehr in einer Art und Weise, wie halt zum Beispiel noch irgendwie vor Jahren, ja, wo du halt wirklich den ganzen Tag da irgendwelche Produkte halt an den Mann bringen musstest. So, das ist unfassbarer Stress für jeden, der das machen muss. Das ist unfassbar viel Arbeit und ich glaube aber einfach, dass man froh sein kann, dass es in der Art und Weise noch diese Messen gibt, damit halt auch einfach jeder die Möglichkeit hat, sich vor Ort diese ganzen Produktpaletten halt auch einfach mal anzuschauen, anzufassen und, 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 ja, und sich halt wirklich beraten zu lassen und nicht halt nur irgendwelche Kataloge halt oder sowas halt durchzublättern, ne? Ja, und ich will jetzt auch nicht den Eindruck erwecken, wo ich das eben gesagt habe, so nach dem Motto, das kostet halt alles viel mehr, wie man denkt, ich bin auch schon von so einem Messen mit einem richtig guten Euro nach Hause gefahren, also, ne, wenn ich das jedes Mal da unten so drauflegen würde, würde ich auch mal auch sagen, reicht auch, ne? Aber, es ist halt nicht so viel, wie es vielleicht nach außen wirkt, das wollte ich halt sagen, so, ne? Man kann da schon auch gut verkaufen, wenn man gute Produkte hat, aber, wie gesagt, der Kostenapparat, der da hinten dran hängt, ist halt einfach immens. Ja, man muss wirklich dann, also, was mich immer so ein bisschen ärgert, wenn die Leute da rumlaufen und sagen, hier gibt's ja gar keine Angebote, das bringt ja nichts mehr. Mein Gott, wir sind ein emotionales Hobby und so ein Meeting oder so eine Messe ist ja auch was Emotionales, wo man halt Leute trifft und sich halt auch mit Leuten halt auch mal austauschen kann. Ja, das sollte vielleicht dann, sollte vielleicht dann doch eher im Vordergrund stehen, dass man vielleicht sich zusammentut und da hinfährt, anstatt zu sagen, jetzt krieg ich das Zelt da irgendwie um 50 Euro günstiger oder ich bequatsch den armen Kerl, der da am Stand steht, jetzt so lange, bis er zu seinem Chef läuft und ich dann halt 10 Euro da einspare, ne? Also, ich glaub, die Zeiten sind vorbei, wir haben fast eine komplette Preistransparenz durch Internet und Preisvergleich und Sonstiges, also, wer sich das noch denkt, also, der liegt irgendwo falsch, ne? Das gibt's halt nicht mehr. Und ich muss aber auch sagen, wenn du wirklich guckst, du findest schon Angebote. Also, es ist ja nicht so, dass jetzt irgendwie alles da überteuert wäre oder so, es wirkt halt auf manche Leute so, die das eine Produkt haben wollen, was dann 30 Euro teurer ist wie im Internet, aber eigentlich probieren alle Messehersteller auch immer einen geilen Deal zu machen, irgendein Prozent, ein Bundle, wenn du ein bisschen mehr kaufst, kriegst du auch überall einen guten Kurs, red mit den Leuten vernünftig, hol nicht dein Handy raus und sag, guck mal, hier kostet das aber drei Euro weniger, ist auch immer so ein bisschen die Frage, wie man auf die Leute zugeht. Und, was der Peter gerade auch gesagt hat, und das findet ja mittlerweile, Gott sei Dank, in Wallau auch so ein bisschen statt, dass so ein bisschen wieder dieses Braunfels-Meeting-Feeling hochkommt, dass man sagt, wir sind halt hier einfach, um auch Leute wieder zu treffen, ein bisschen zu quatschen, einen zu trinken oder auch keinen zu trinken, ist ja scheißegal. Es geht halt um mehr wie nur irgendwie ein Schnäppchen abstauben, so, ne? Und wer wirklich nur mit der Prämisse dahin fährt, ist dann da vielleicht auch falsch. Ja, ist so. Also das sehe ich auf jeden Fall auch so. Und, was ich aber auch noch mal sagen möchte, was du eingangs auch sagtest, mit diesem, dieses Feeling halt und dieser Vibe unter den ganzen Ausstellern, das ist wirklich krass. mir fällt das halt auch wirklich jedes Jahr immer wieder auf, so, dass gewisse Aussteller oder gewisse Personen, die siehst du auch nur dieses eine Mal im Jahr. Und das immer nur halt auf einer Messe, genau. Aber es ist wirklich, wie du sagst, es ist halt wie so ein Wanderzirkus. Es ist irgendwie dann doch immer so familiär und dann doch irgendwo auch so trotzdem irgendwo persönlich und cool und man freut sich und dass das selbst dieser wirklich mit viel Arbeit verbundene Aufbau und Stress und Hektik, weil alle sind hektisch, ja, alle wollen ihren Scheiß nur aufbauen und sind froh, wenn alles steht, trotzdem cool ist, weil einfach der Vibe geil ist, weil irgendwie... Ja, ist positiver Stress. Genau, alle haben Bock und freuen sich und wissen so jetzt, gerade halt mit Wallau immer ist so der Startschuss halt auch für die Messesaison und ja, ist geil. Also ist zu empfehlen. Ja, ist zu empfehlen. Ist zu empfehlen, ja. Vor allem, wenn wir da sind. Ich muss zum Beispiel halt auch sagen, was mir halt auch jetzt so, so gerade nach letztem Jahr, wo wir halt das erste Mal mit Kapi halt dort so einen Messeauftritt hatten, auch so bewusst wurde, aufgrund der Kosten, wie viel Geld die großen Firmen, also weißt du, Peter, wenn ich jetzt überlege, wenn wir in Zwolle waren mit Fox, da waren wir ja, wie viele Leute waren wir da teilweise? 15, 16? Naja, klar, waren ja dann die ganzen Belgier, Holländer, Belgier, Holländer, waren ja alle da und dann sind halt noch ein paar Engländer gekommen, das waren ja schon einige. Ey, und das, wenn du dann mal so überlegst, okay, was da Geld bezahlt wird für so einen Messeauftritt und das glaube ich, kann sich der ein oder andere Endverbraucher, der hat da natürlich gar kein Gespür für, gar keine Ahnung von. So, ne? Ich meine, natürlich wir auch, klar, ich persönlich oder wir wissen jetzt auch nicht, von was für Summen reden wir da, aber wenn man sich das nur mal so grob über den Daumen zusammenrechnet, also der Maul brauche ich dir nicht sagen. stopft mal 20 oder 15 Leute, die habt ihr ein Hotel und geht mal mit denen Abendessen, das ist halt wirklich nochmal so ein, ne? Ihr wisst doch, das kostet halt richtig, richtig Geld. Wahnsinn, Wahnsinn. Aber am Ende des Tages machen halt, haben halt irgendwie alle Bock und wollen eine geile Show bieten und ich glaube auch, dass die meisten, oder ich weiß auch, dass die meisten Besucher dieser Messe das auch zu schätzen wissen. Das merkst du auch einfach. Ja, und Fakt ist halt auch, auch jetzt nochmal, um auf die Frage zurückzukommen, dieses, lohnt sich das für euch? Und da muss man halt auch ganz klar unterscheiden, es lohnt sich immer, weil es einfach geil ist. Ja, für ein Gaudi, ne? Vor Ort, für ein Gaudi, mit den Leuten, die man kennt, mit den Ausstellern, mit euch, mit den Zuhörern, da einfach so ein Meet & Greet Point zu haben und einfach, einen geilen Tag zu haben und wenn es halt nicht am Wasser geht, dann geht es halt irgendwo auf einer Messe und dafür lohnt es sich immer. Was den finanziellen Aspekt angeht, sage ich auch, wenn man da plus minus null erstmal rauskommt, dann ist das auch schon mal gut. Alles, was on top ist, freut man sich natürlich, aber ich glaube, das, was wir auch auf so einer Messe da ausstellen und in der Art und Weise, wie unser Stand da aufgebaut ist, wir wollen halt einfach nur eine geile Zeit haben und haben richtig Bock auf Spaß so. Ja. Ja. Ja, herrlich. Ich freue mich. Ja, das wird super. Das wird super. Also, Vorbereitungen laufen. Vorbereitungen laufen. Für die nächste Folge hauen wir was von unserem neuen Merch raus, oder? Ja, das würde ich sagen, oder? Passt doch. Ist passend. Ist passend. Ja. Da gibt es was auf jeden Fall vom neuen Merch. Was denn? Ein Hoodie? Ein Hoodie? Ein Schlüsselanhänger und ein Feuerzeug, oder? Schlüsselanhänger, Feuerzeug. Ja, wir lassen uns da schon was einfallen. Nee, ihr kriegt schon. Für die nächste Hörerfrage auf jeden Fall ein geiles neues Carp-Emerch-Paket. Ja. Und, äh, ja. Liebe Freunde, das war die letzte Folge vor der Carp-Expo Rhein-Main. Ich glaube, wir müssen das nochmal sagen, auch wenn wir das wahrscheinlich schon 46 Mal diese Folge gesagt haben. Aber, wir freuen uns und, ähm, sind gespannt, was passiert. Einfach geil, einfach geile Messe-Party, einfach, einfach geil Messe machen, auf jeden Fall. Und für alle, die es nicht schaffen, zur Messe zu kommen, denkt dran, dieses ganze verrückte Black Week, äh, äh, ja, Angebots, wie sagt man, diese ganzen, weiß gar nicht, wie sagen die immer, Preisknaller, Wochenenden, Black Week-Specials, fangen auf jeden Fall jetzt an. Checkt das auf jeden Fall mal ab. Da wird es auf jeden Fall bei dem einen oder anderen Partner von uns auch Hammer-Angebote geben. Ja, beispielsweise jetzt auch Herr Rieden, macht natürlich auch mit, auch mit ein paar absoluten Hammer-Angeboten, beispielsweise diese Nesh-ZT-Polar-Parker-Jacke für, ich meine, 50 Prozent, also 99 Euro, statt irgendwie für 195 oder so. Also, checkt das auf jeden Fall mal ab. Wir werden auf jeden Fall die nächsten Tage da auch nochmal irgendwie was zu posten, damit ihr da direkt mal einen Einblick habt, welche Angebote da auf euch warten und sicherlich, wie gesagt, für den einen oder anderen Interessant, der die Messe nicht besuchen kann. Einfach geil online shoppen ist auch nicht schlecht. Ja, also ab dem Punkt, wo jetzt die Folge online ist, quasi von diesem Freitag bis zum Montag den 24.11. Genau, da haben die echt dicke Angebote auch irgendwie Titan-Deals und Tempest-Deals und so, also die hauen da auch richtig einen raus. Guckt euch das mal an, könnt ihr guten Euro sparen. Ja, wir verabschieden euch. Wir melden uns wieder in zwei Wochen. Macht es gut, haut rein, danke fürs Zuhören. Wir sehen uns in Wallau. Wir sehen uns in Wallau. Wir freuen uns auf euch. Es war mir auf jeden Fall wie immer eine Ehre. Eine Ehre. Große Ehre. Also, macht es gut, wir sehen uns. Ciao, ciao. Einen schönen Abend. Tschüss. Danke fürs Zuhören. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein bei eurem KAPI Podcast.